urgeräusch von reiner maria rilke dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei aufgenommen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2009 urgeräusch von reiner maria erst druck in das inselschiff leipzig erster jahrgang erstes heft zur zeit als ich die schule besuchte mochte der phonograph erst kürzlich erfunden worden sein er stand jedenfalls im mittelpunkt des öffentlichen erstaunens und so mag es sich erklären dass unser physiklehrer ein zu allerhand emsigen basteleien geneigter mann uns anleitete einen derartigen apparat aus dem handgreiflichsten zubehöre geschickt zusammenzustellen dazu war nicht mehr nötig als was ich im folgenden aufzähle ein stück biegsamerer pappe zu einem trichter zusammengebogen dessen engere runde öffnung man sofort mit einem stück undurchlässigen papiers von jener art wie man es zum verschluss der gläser eingekochten obstes zu verwenden pflegt verklebte auf diese weise eine schwingende membran improvisierend in deren mitte mit dem nächsten griff eine borste aus einer stärkeren kleiderbürste senkrecht abstehend eingesteckt wurde mit diesem wenigen war die eine seite der geheimnisvollen maschine hergestellt annehmer und weitergeber standen in voller bereitschaft und es handelte sich nun nur noch um die verfertigung einer aufnehmenden walze die mittels einer kleinen kurbel drehbar dicht an den einzeichnenden stift herangeschoben werden konnte ich erinnere nicht woraus wir sie herstellten es fand sich eben irgendein zylinder den wir so gut und schlecht uns das gelingen mochte mit einer dünnen schicht kerzenwachs überzogen welches kaum verkaltet und erstarrt war als wir schon mit der ungeduld die über dem dringenden geklebe und gemache in uns zugenommen hatte einer den anderen fortdrängend die probe auf unsere unternehmung anstellten man wird sich ohne weiteres vorstellen können wie das geschah sprach oder sang jemand in den schalltrichter hinein so übertrug der in dem pergamente steckende stift die tonwellen auf die empfängliche oberfläche der langsam an ihm vorbeigedrehten rolle und ließ man gleich darauf den eifrigen zeiger seinen eigenen inzwischen durch einen firnis befestigten weg wieder verfolgen so zitterte schwankte aus der papierenen tüte der eben noch unsrige klang unsicher zwar unbeschreiblich leise und zaghaft und stellenweise versagend auf uns zurück die wirkung war jedesmal die vollkommenste unsere klasse gehörte nicht eben zu den ruhigsten und es möchten nicht viele augenblicke gewesen sein da sie gemeinsam einen ähnlichen grad von stille zu erreichen fähig war das phänomen blieb ja auch überraschend ja recht eigentlich erschütternd von einem male zum anderen man stand gewissermaßen einer neuen noch unendlich zarten stelle der wirklichkeit gegenüber aus der uns kinder ein bei weitem überlegenes doch unsäglich anfängerhaft und gleichsam hülfesuchend ansprach damals und durch die jahre hin meinte ich es sollte mir gerade dieser selbständige von uns abgezogene und draußen aufbewahrte klang unvergeßlich bleiben dass es anders kam ist die ursache dieser aufzeichnung nicht er nicht der ton aus dem trichter überwog wie sich zeigen sollte in meiner erinnerung sondern jene der walze eingeritzten zeichen waren mir um vieles eigentümlicher geblieben vierzehn oder fünfzehn jahre mochten seit jener schulzeit hingegangen sein als mir dies eines tages zum bewusstsein kam es war in meiner ersten pariser zeit ich besuchte damals mit ziemlichem eifer die anatomievorlesungen an der Ecole des Beaux-Arts wobei mich nicht so sehr das vielfältige geflecht der muskeln und sehnen oder die vollkommene verabredung der inneren organe anzusprechen schien als vielmehr das aride skelett dessen verhaltene energie und elastizität mir damals schon über den blättern leonardos sichtbar geworden war so sehr ich nun auch an dem baulichen ganzen rätselte es war mir zu viel meine betrachtung sammelte sich immer wieder zur untersuchung des schädels in dem sozusagen das äußerste wozu dieses kalkige element sich noch anspannen konnte mir geleistet schien als ob es gerade hier überredet worden wäre sich zu einem entscheidenden dienst bedeutend anzustrengen um ein letzthin gewagtes im engen einschluss schon wieder grenzenlos wirkendes in seinen festesten schutz zu nehmen die bezauberung die dieses besondere gegen einen durchaus weltischen raum abgeschlossene gehäus auf mich ausübte ging schließlich so weit dass ich mir einen schädel anschaffte um nun auch so manche nachtstunde mit ihm zuzubringen und wie es mir immer mit den dingen geht nicht allein die augenblicke absichtlicher beschäftigung haben mir diesen zweideutigen gegenstand merkwürdiger angeeignet meine vertrautheit mit ihm verdank ich ohne zweifel zu einem gewissen teile dem streifenden blick mit dem wir die gewohnte umgebung wenn sie nur einige beziehung zu uns hat unwillkürlich prüfen und auffassen ein solcher blick war es den ich plötzlich in seinem verlaufe anhielt und genau und aufmerksam einstellte in dem oft so eigentümlich wachen und auffordernden lichte der kerze war mir soeben die kronennaht ganz auffallend sichtbar geworden und schon wusste ich auch woran sie mich erinnerte an eine jener unvergessenen spuren wie sie einmal durch die spitze einer borste in eine kleine wachsrolle eingeritzt worden waren und nun weiß ich nicht ist es eine rhythmische eigenheit meiner einbildung dass mir seither oft in weiten abständen von jahren immer wieder der antrieb aufsteigt aus dieser damals unvermittelt wahrgenommenen ähnlichkeit den absprung zu nehmen zu einer ganzen reihe von unerhörten versuchen ich gestehe sofort daß ich die lust dazu so oft sie sich meldete nie anders als mit dem strengsten misstrauen behandelt habe bedarf es eines beweises dafür so liege er in dem umstande daß ich mich erst jetzt wiederum mehr als anderthalb jahrzehnte später zu einer vorsichtigen mitteilung entschließe auch habe ich zugunsten meines einfalls mehr nicht anzuführen als seine eigensinnige wiederkehr durch die er mich ohne zusammenhang mit meinen übrigen beschäftigungen bald hier bald dort in den unterschiedlichsten verhältnissen überrascht hat was wird mir nun wieder innerlich vorgeschlagen es ist dieses die kronen naht des schädels was nun zunächst zu untersuchen wäre hat nehmen wir es an eine gewisse ähnlichkeit mit der dicht gewundenen linie die der stift eines phonographen in den empfangenden rotierenden zylinder des apparates eingräbt wie nun wenn man diesen stift täuschte und ihn wo er zurückzuleiten hat über eine spur lenkte die nicht aus der grafischen übersetzung eines tones stammte sondern ein an sich und natürlich bestehendes gut sprechen wir es nur aus eben zum beispiel die kronen naht wäre was würde geschehen ein ton müßte entstehen eine tonfolge eine musik gefühle welche ungläubigkeit scheu furcht ehrfurcht ja welches nur von allen hier möglichen gefühlen verhindert mich einen namen vorzuschlagen für das urgeräusch welches da zur welt kommen sollte dieses für einen augenblick hingestellt was für irgendwo vorkommende linien möchte man da nicht unterschieben und auf die probe stellen welchen kontur nicht gewissermaßen auf diese weise zu ende ziehen um ihn dann verwandelt in einem anderen sinnbereich herandringen zu fühlen in einer gewissen zeit da ich mich mit arabischen gedichten zu beschäftigen begann an deren entstehung die fünf sinne einen gleichzeitigen und gleichmäßigen anteil zu haben scheinen fiel es mir zuerst auf wie ungleich und einzeln der jetzige europäische dichter sich dieser zuträger bedient von denen fast nur der eine das gesicht mit welt überladen ihn beständig überwältigt wie gering ist dagegen schon der beitrag den das unaufmerksame gehör ihm zuflößt gar nicht zu reden von der teilnahmslosigkeit der übrigen sinne die nur abseits und mit vielen unterbrechungen in ihren nützlich eingeschränkten gebieten sich betätigen und doch kann das vollendete gedicht nur unter der bedingung entstehen dass die mit fünf hebeln gleichzeitig angegriffene welt unter einem bestimmten aspekt auf jener übernatürlichen ebene erscheine die eben die des gedichtes ist eine frau der solches in einem gespräche vorgetragen wurde rief aus diese wunderbare zugleich einsetzende befähigung und leistung aller sinne sei doch nichts anderes als geistesgegenwart und gnade der liebe und sie legte damit nebenbei ein eigenes zeugnis ein für die sublime wirklichkeit des gedichts aber eben deshalb ist der liebende in so großartiger gefahr weil er auf das zusammenwirken seiner sinne angewiesen ist von denen er doch weiß dass sie nur in jener einzigen gewagten mitte sich treffen in der sie alle breite aufgebend zusammenlaufen und in der kein bestand ist indem ich mich so ausdrücke habe ich schon die zeichnung vor mir deren ich mich als eines angenehmen behelfes jedes mal bediente so oft ähnliche erwägungen sich aufdrängten stellt man sich das gesamte erfahrungsbereich der welt auch seine uns übertreffenden gebiete in einem vollen kreise dar so wird es sofort augenscheinlich um wie viel größer die schwarzen sektoren sind die das uns unerfahrbare bezeichnen gemessen an den ungleichen lichten ausschnitten die den scheinwerfern der sensualität entsprechen nun ist die lage des liebenden die dass er sich unversehens in die mitte des kreises gestellt fühlt dorthin also wo das bekannte und das unerfassliche in einem einzigen punkte zusammendringt vollzählig wird und besitz schlechthin allerdings unter aufhebung aller einzelheit dem dichter wäre mit dieser versetzung nicht gedient ihm muss das vielfältig einzelne gegenwärtig bleiben er ist angehalten die sinnesausschnitte ihrer breite nach zu gebrauchen und so muss er auch wünschen jeden einzelnen so weit als möglich auszudehnen damit einmal seiner geschürzten entzückung der sprung durch die fünf gärten in einem atem gelänge beruht die gefahr des liebenden in der unausgedehntheit seines standpunkts so ist jene des dichters der abgründe gewahr zu werden die die eine ordnung der sinnlichkeit von der anderen scheiden in der tat sie sind weit und saugend genug um den größeren teil der welt und wer weiß wieviel welten an uns vorbei hinweg zu reißen die frage entsteht hier ob die arbeit des forschers die ausdehnung dieser sektoren in der von uns angenommenen ebene wesentlich zu erweitern vermag ob nicht die erwerbung des mikroskops des fernrohrs und so vieler die sinne nach oben oder unten verschiebender vorrichtungen in eine andere schichtung zu liegen kommen da doch der meiste so gewonnene zuwachs sinnlich nicht durchdrungen also nicht eigentlich erlebt werden kann es möchte nicht voreilig sein zu vermuten dass der künstler der diese wenn man es so nennen darf fünffingrige hand seiner sinne zu immer regerem und geistigerem griffe entwickelt am entscheidendsten an einer erweiterung der einzelnen sinngebiete arbeitet nur dass seine beweisende leistung da sie ohne das wunder zuletzt nicht möglich ist ihm nicht erlaubt den persönlichen gebietsgewinn in die aufgeschlagene allgemeine karte einzutragen sieht man sich aber nun nach einem mittel um unter so seltsam abgetrennten bereichen die schließlich dringende verbindung herzustellen welches könnte versprechender sein als jener in den ersten seiten dieser erinnerung angeratene versuch wenn er hier am schlusse mit der schon versicherten zurückhaltung nochmals vorgeschlagen wird so möge man es dem schreibenden in einem gewissen grade anrechnen daß er der verführung widerstehen konnte die damit gebotenen voraussetzungen in den freien bewegungen der phantasie willkürlich auszuführen dafür schien ihm der während so vielen jahren übergangene und immer wieder hervortretende auftrag zu begrenzt und zu ausdrücklich zu sein solljo am tage marie himmelfahrt 1919 beschreibung des torso im belvedere zu rom von johann joachim winkelmann dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2009 beschreibung des torso im belvedere zu rom von johann joachim winkelmann ich teile hier eine beschreibung des berühmten torso im belvedere mit welcher insgemein der torso vom michelangelo genannt wird weil dieser künstler dieses stück besonders hoch geschätzt und viel nach demselben studiert hat es ist eine verstümmelte statue eines sitzenden herkules wie bekannt ist und der meister desselben ist apollonius des nestors sohn von athen diese beschreibung geht nur auf das ideal der statue sonderlich da sie idealisch ist und ist ein stück von einer ähnlichen abbildung mehrerer statuen die erste arbeit an welche ich mich in rom machte war die statuen im belvedere nämlich den apollo den laokoon den sogenannten antinous und diesen torso als das vollkommenste der bis auf uns gelangten alten bildhauerei zu beschreiben die vorstellung einer jeden statue sollte zwei teile haben der erste in absicht des ideals der andere nach der kunst und meine meinung war die werke selbst von dem besten künstler zeichnen und stechen zu lassen diese unternehmung aber ging über mein vermögen und würde auf dem vorschub freigebiger liebhaber beruhen es ist daher dieser entwurf über welchen ich viel und lange gedacht habe ungeendigt geblieben und gegenwärtige beschreibung selbst möchte noch die letzte hand nötig haben man sehe sie an als eine probe von dem was über ein so vollkommenes werk der kunst zu denken und zu sagen wäre und als eine anzeige von untersuchung in der kunst denn es ist nicht genug zu sagen dass etwas schön ist man soll auch wissen in welchem grade und warum es schön sei dieses wissen die antiquare in rom nicht wie mir diejenigen zeugnis geben werden die von ihnen geführt sind und sehr wenige künstler sind zur einsicht des hohen und erhabenen in den werken der alten gelangt es wäre zu wünschen dass sich jemand fände dem die umstände günstig sind welcher eine beschreibung der besten statuen wie sie zum unterrichte junger künstler und reisender liebhaber unentbehrlich wäre unternehmen und nach würdigkeit ausführen könnte ich führe dich jetzt zu dem so viel gerühmten und niemals genug gepriesenen stürze eines herkules zu einem werke welches das vollkommenste in seiner art und unter die höchsten hervorbringungen der kunst zu zählen ist von denen welche bis auf unsere zeiten gekommen sind wie aber werde ich dir denselben beschreiben da er der schönsten und bedeutendsten teile der natur beraubt ist so wie von einer prächtigen eiche welche umgehauen und von zweigen und ästen entblößt worden nur der stamm allein übrig geblieben ist ebenso gemißhandelt und verstümmelt sitzt das bild des helden kopf arme und beine und das oberste der brust fehlen der erste anblick wird dir vielleicht nichts als einen verunstalteten stein entdecken vermagst du aber in die geheimnisse der kunst einzudringen so wirst du ein wunder derselben erblicken wenn du dieses werk mit einem ruhigen auge betrachtest als dann wird dir herkules wie mitten in allen seinen unternehmungen erscheinen und der held und der gott werden in diesem stücke zugleich sichtbar werden da wo die dichter aufgehört haben hat der künstler angefangen jene schwiegen sobald der held unter die götter aufgenommen und mit der göttin der ewigen jugend ist vermählt worden dieser aber zeigt uns denselben in einer vergötterten gestalt und mit einem gleichsam unsterblichen leibe welcher dennoch stärke und leichtigkeit zu den großen unternehmungen die er vollbracht behalten hat ich sehe in den mächtigen umrissen dieses leibes die unüberwundene kraft des besiegers der gewaltigen riesen die sich wieder die götter empörten und in den pflegräischen feldern von ihm erlegt wurden und zugleich herzeit stellen mir die sanften züge dieser umrisse die das gebäude des leibes leicht gelenksam machen die geschwinden wendungen desselben in dem kampfe mit dem achelous vor der mit allen vielförmigen verwandlungen seinen händen nicht entgehen konnte in jedem teile des körpers offenbart sich wie in einem gemäde der ganze held in einer besonderen tat und man sieht so wie die richtigen absichten in dem vernünftigen baue eines palastes hier den gebrauch zu welcher tat ein jedes teil gedient hat ich kann das wenige was von der schulter noch zu sehen ist nicht betrachten ohne mich zu erinnern das auf ihrer ausgebreiteten stärke wie auf zwei gebirgen die ganze last der himmlischen kreise geruht hat mit was für einer großheit wächst die brust an und wie prächtig ist die anhebende rundung ihres gewölbes eine solche brust muß diejenige gewesen sein auf welcher der riese antheus und der dreileibige gerion erdrückt wurden keine brust eines drei und viermal gekrönten olympischen siegers keine brust eines spartanischen kriegers von helden geboren muß sich so prächtig und erhoben gezeigt haben fragt diejenigen die das schönste in der natur der sterblichen kennen ob sie eine seite gesehen haben die mit der linken seite zu vergleichen ist die wirkung und gegenwirkung ihrer muskeln ist mit einem weißlichen maße von abwechselnder regung und schneller kraft wunderwürdig abgewogen und der leib mußte durch dieselbe zu allem was er vollbringen wollen tüchtig gemacht werden so wie in einer anhebenden bewegung des meeres die zuvor stille fläche in einer nebligen unruhe mit spielenden wellen anwächst wo eine von der anderen verschlungen und aus derselben wiederum hervorgewälzt wird ebenso sanft aufgeschwellt und schwebend gezogen fließt hier eine muskel in die andere und eine dritte die sich zwischen ihnen erhebt und ihre bewegung zu verstärken scheint verliert sich in jene und unser blick wird gleichsam mit verschlungen hier möchte ich stille stehen um unseren betrachtungen raum zu geben der vorstellung ein immerwährendes bild von dieser seite einzudrücken allein die hohen schönheiten sind hier in einer unzertrennlichen mitteilung was für ein begriff erwächst zugleich hierher aus den hüften deren festigkeit andeuten kann dass der held niemals gewankt und nie sich beugen müssen in diesem augenblicke durchfährt mein geist die entlegensten gegenden der welt durch welche herkules gezogen ist und ich werde bis an die grenzen seiner mühseligkeiten und bis an die denkmalen und säulen wo sein fuß ruhte geführt durch den anblick der schenkel von unerschöpflicher kraft und von einer den gottheiten eigenen länge die den held durch hundert länder und völker bis zur unsterblichkeit getragen haben ich fing an diese entfernten züge zu überdenken da mein geist zurückgerufen wird durch einen blick auf seinen rücken ich wurde entzückt da ich diesen körper von hinten ansah so wie ein mensch der nach bewunderung des prächtigen portals an einem tempel auf die höhe desselben geführt würde wo ihn das gewölbe desselben welches er nicht übersehen kann von neuem in erstaunen setzt ich sehe hier den vornehmsten bau der gebeine dieses leibes den ursprung der muskeln und den grund ihrer lage und bewegung und dieses alles zeigt sich wie eine von der höhe der berge entdeckte landschaft über welche die natur den mannigfaltigen reichtum ihrer schönheiten ausgegossen so wie die lustigen höhen derselben sich mit einem sanften abhange in gesenkte täler verlieren die hier sich schmälern und dort erweitern so mannigfaltig prächtig und schön erheben sich hier schwellende hügel von muskeln um welche sich oft unmerkliche tiefen gleich dem strome des meanders krümmen die weniger dem gesichte als dem gefühle offenbar werden scheint es unbegreiflich außer dem haupte in einem anderen teil des körpers eine denkende kraft zu zeigen so lernt hier wie die hand eines schöpferischen meisters die materie geistig zu machen vermögend ist mich deucht es bilde mir der rücken welcher durch hohe betrachtungen gekrümmt scheint ein haupt das mit einer frohen erinnerung seiner erstaunenden taten beschäftigt ist und indem sich so ein haupt voll von majestät und weisheit vor meinen augen erhebt so fangen sich an in meinen gedanken die übrigen mangelhaften glieder zu bilden es sammelt sich ein ausfluss aus dem gegenwärtigen und wirkt gleichsam eine plötzliche ergänzung die macht der schulter deutet mir an wie stark die arme gewesen die den löwen auf dem gebirge citeron erwürgt und mein auge sucht sich diejenigen zu bilden die den zerberus gebunden und weggeführt haben seine schenkel und das erhaltene knie geben mir einen begriff von den beinen die niemals ermüdet sind und den hirsch mit füßen von erz verfolgt und erreicht haben durch eine geheime kunst aber wird der geist durch alle taten seiner stärke bis zur vollkommenheit seiner seele geführt und in diesem sturze ist ein denkmal derselben welches ihm kein dichter die nur die stärke seiner arme besingen errichtet der künstler hat sie übertroffen sein bild des helden gibt keinem gedanken von gewalttätigkeit und von ausgelassener liebe platz in der ruhe und stille des körpers offenbart sich der gesetzte große geist der mann welcher sich aus liebe zur gerechtigkeit den größten gefährlichkeiten ausgesetzt der den ländern sicherheit und den einwohnern ruhe geschafft diese vorzügliche und edle form einer so vollkommenen natur ist gleichsam in die unsterblichkeit eingehüllt und die gestalt ist bloß wie ein gefäß derselben ein höherer geist scheint den raum der sterblichen teile eingenommen und sich an die stelle derselben ausgebreitet zu haben es ist nicht mehr der körper welcher an noch wie der ungeheuer und friedensstörer zu streiten hat es ist derjenige der auf dem berge öta von den schlacken der menschlichkeit gereinigt worden die sich von dem ursprunge der ähnlichkeit des vaters der götter abgesondert so vollkommen hat weder der geliebte hyllus noch die zärtliche jole den herkules gesehen so lag er in den armen der hebe der ewigen jugend und zog in sich einen unaufhörlichen einfluss derselben von keiner sterblichen speise und groben teilen ist sein leib ernährt ihn erhält die speise der götter und er scheint nur zu genießen nicht zu nehmen und völlig ohne angefüllt zu sein o möchte ich dieses bild in der größe und schönheit sehen in welcher es sich dem verstande des künstlers geoffenbart hat um nur allein von dem überreste sagen zu können was er gedacht hat und wie ich denken sollte mein großes glück nach dem seinigen würde sein dieses werk würdig zu beschreiben voller betrübnis aber bleibe ich stehen und so wie psyche anfing die liebe zu beweinen nachdem sie dieselbe kennengelernt bejammere ich den unersetzlichen schaden dieses herkules nachdem ich zur einsicht der schönheit desselben gelangt bin die kunst weint zugleich mit mir denn das werk welches sie den größten erfindungen des witzes und nachdenkens entgegensetzen und durch welches sie noch jetzt ihr haupt wie in ihren goldenen zeiten zu der größten höhe menschlicher achtung erheben könnte dieses werk welches vielleicht das letzte ist an welches sie ihre äußersten kräfte gewendet hat muss sie halb vernichtet und grausam gemißhandelt sehen wem wird hier nicht der verlust so vieler hundert anderer meisterstücke derselben zu gemüte geführt aber die kunst welche uns weiter unterrichten will ruft uns von diesen traurigen überlegungen zurück und zeigt uns wie viel noch aus dem übrig gebliebenen zu lernen ist und mit was für einem auge es der künstler ansehen müsse zürcher rede auf beethoven von hugo von hofmannsthal dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2009 zürcher rede auf beethoven von hugo von hofmannsthal erst druck in neue zürcher zeitung vom 19.12.1920 der gerade weg zu beethoven führt durch seine werke die dritte leonoren ouvertüre der zweite satz der dritten sinfonie das adagio der appassionata opus 57 opus 111 opus 130 das einsame zimmer der flügel und die geige die vier instrumente des quatur ein mensch zwei menschen für sich spielend oder die versammlung das orchester mit mehr als menschenstimme aus seiner brust lust und weh singend und alle einsam und doch alle in eins verwoben ein jeder sich auflösend in diesen sich entschwingend seiner gebundenheit in sich sein höchstes fühlend und in diesem höchsten den gebietenden hinweis auf noch höheres da schwebt und webt ein nicht auszusagen des eine gegenwart mensch und doch mehr als mensch ein heros beethoven so wie er selber wühlend in phantasien die melodie heraufbeschwor so beschwören seine werke ihn herauf und das ist nicht ein mit erinnern wie bei bach dass wir im dom dieser musik stehend den baumeister des domes mitdenken nicht wie bei heiden der mitschwebende gedanke an einen guten beseeligten menschen es ist ein unbedingt wirksames das da auf uns eindringt eine heldenhafte gegenwart ein etwas eine heroische materie aus der auch nicht unbedingt ein musiker hätte werden müssen tragisches erleben wir und sind chorus mitbeteiligt und mitgeheiligt in uns ist dies er wäre nicht wenn wir ihn nicht erlitten und wenn wir aus dieser funktion entlassen werden so sind wir stumm bis zum vergessen darum ist das was wir da erlebt haben schwer auszusagen weil es sich um einfachstes handelt wir aber sind gewohnt im zusammengesetzten zu leben das ist unsere schwäche vielleicht aber gibt es noch einen anderen weg zu ihm zu kommen und diesen scheint es haben sie mir vorgezeichnet als sie mich hierher beriefen den dichter um über den musiker zu reden vielleicht in halb unbewusster erinnerung daran dass ein österreichischer dichter an seinem grab die totenrede gehalten hat es ist der ihn als ein geistiges phänomen aus der situation heraus zu verstehen vor ein paar wochen in wien hörte ich das wort eines französischen musikers eines jungen meisters der nach debussy's tode von vielen für den repräsentanten der französischen musik angesehen wird und dieses wort ging nach einer großen enthusiastischen unbedingten huldigung für den genius mozarts dann zu beethoven oder über beethoven hinweg mit den worten c'est beethoven qui a introduit la littérature dans la musique wirklich sollen wir wenn dies mehr als eine boutade ist eine art von dichter in ihm erblicken sollen wir die grenzen überschreiten von der sinnlichsten der künste die aus dem weh laut und dem jauchzen des leibes entstanden ist zur geistigsten von der jüngsten zur ältesten die uns mit den urzeiten des menschengeschlechtes verbindet und muss uns nicht bangen vor der verwischung der grenzlinien und vor dem gefährlichen uneigentlichen des ausdrucks aber dennoch denken wir an mozart so ist dies klanggewordenes volkselement aus der tiefe des volkes ist das tiefste und reinste tönend geworden und es sind töne der freude ein ruhiges gefühl des lebens die abgründe sind geahnt aber ohne grauen das dunkle noch durchstrahlt von ewigem licht es ist eine zweite antike schön und fasslich wie die erste aber unschuldiger als die erste gleichsam gereinigt eine christliche antike wie ein paradies ein unzerstörbares liegt diese musik da dann aber kommt der genius der nation daher geschwebt mit vorgestrecktem schöpferfinger und weckt noch einen da steht bethofen da da ist adam da und die gebärde des menschen vor gott da ist der eine mensch als stellvertreter des menschengeschlechtes damit er alles ausspreche was die stumme selige natur nicht ausspricht damit er sein herz anstatt ihrer aller herzen hinauftrage vor gott wie ein verdecktes opfergefäß und noch mehr daß er hinauf gehe vor gott wie moses und gott von angesicht zu angesicht sehe soll ich nicht muß ich nicht ihn zu den dichtern stellen hat er nicht dem begriff des dichters viel von seiner erhabenheit mitgegeben von dem eigentlich heroischen seiner erscheinung und ist es nicht die ungeheure geistige situation die ungeheure europäische und darüber hinaus die ungeheure deutsche situation dieser jahrzehnte 1770 bis 1800 die ihn herausgeschleudert hat so wie sie uns herausgeschleudert hat denn alles was wir sind ist nichts anderes als halb erkaltete vielleicht im innersten kern aber doch noch glut erfüllte materie desgleichen ein halbes jahrhundert erfüllenden vulkanischen ausbruchs dessen innerster feuerstrom ihn herauswarf wie er goethe wie er herder und schiller und jean jacques rousseau herausgeworfen hatte jean jacques an ihn haben ihn zuweilen die zeitgenossen angeknüpft so wie ihn die jugend nachher mit schiller verknüpfte um des pathos und der erhabenheit und der seelenführerschaft willen und wie ihn die romantiker an goethe knüpften um des höchsten und letzten um der magie willen in den ersten jahren des jahrhunderts kommt ein franzose ihn besuchen einer der ersten fremden ist das von dem wir aufzeichnungen besitzen der name entfällt mir es ist ein nüchterner franzose nach den fiebern der revolution und vor dem fieber des empire und er schreibt in sein notizbuch es überraschte mich zu gewahren dass beethoven einige der irrtümer jean jacques rousseau teilt aber es sind nicht einige irrtümer die er teilt das ist ein dürftiger zeitgebundener politischer ausdruck sondern was beethoven mit dem großen genfer retor teilt das ist ein ewiges etwas das außerhalb der historischen bedingtheiten steht und immer wieder kommt immer wieder und so auch jetzt als eine furchtbare umstürzende kraft in die historischen bedingtheiten hineingreift das ist die vision des primitiven menschen als ideal die aurea etas die utopie der glaube an die reinheit aller ursprünglichen natur und dahinter liegt der glaube an die ganzheit des menschen und die kraft und der drang tiefstes zum höchsten hin zu sehen den menschen zu gott hin nicht niederwärts zum chaos ich schlage nur diesen ton an und sie denken augenblicklich und unwillkürlich an schiller der so vieles gemein hat mit jean jacques an den großen kühnen wortführer dreier aufeinander folgender europäischer nationen an ihn der die größe selber das unsagbare die idee oder wie er es nannte das ideal ich spreche vom jungen schiller unmittelbar auszusprechen sich vermaß der nicht künstler sein wollte nicht dramatiker sondern ganz etwas anderes dem die schaubühne eine moralische anstalt war das heißt eine tribüne und das pult des historikers die zelle des philosophen eine tribüne und der anwalt sein wollte der menschheit vor einem freilich überpolitischen forum den prozess der menschen führen vor gott vindizieren ihr anrecht auf die unmittelbare verwirklichung der ideale das ist mit anderen worten der sich nichts geringeres zu sein vermaß als einer der propheten und blitzt ihnen hier nicht wieder die verwandtschaft mit beethoven auf nicht im greifbaren wägbaren aber im tiefsten drang das letzte zu sagen die idee selber auszusprechen nicht den wohllaut der worte zu suchen sondern ihre erhabene unmittelbar wirkende gewalt und ist es nicht bedeutungsvoll dass dann wenn beethoven über die grenzen der musik hinaus will er nach schillas rhythmen und worten greift für dies hinaus kommen aber wie ein licht von einem stärkern lichte verzehrt wird und sich mit diesem verbindet so können wir in solchem zusammenhang nicht einen augenblick an schiller denken ohne dass sich der gedanke an goethe einstellt wenn wir an das in goethe denken worauf es uns hier ankommt auf ein gemeinsames das in allen diesen genien wirkt herausschlägt und was ist es denn was ich hinter all ihrer verschiedenheit als gemeinsames erkenne dass ich es mit namen nenne und deutlich darauf hinweise es ist ein ungeheures generationserlebnis es ist das erlebnis zu dem wir im verhältnis des gegenerlebnisses stehen epoche war damals ungeheure epoche das eingeschränkte individuum hatte sich frei gemacht ja mehr als frei von titanischen kräften fühlte es sich durchströmt herr fühlte es sich über sich selber und über sein schicksal herr einer welt fühlte es sich ahnte es sich ja schöpfer seiner selbst und ebenbürtig seinem schöpfer das war das generationserlebnis dass das individuum vor gott hintreten wollte und gott schauen von angesicht zu angesicht und von dort vom anschauen gottes zurückkommen und das wort des lebens zurückbringen das wort das selber gott ist die unmittelbare magie das ist der kern vom kern von goethes damaligem dasein und schaffen der kern des faustmonologes und dies auszusprechen dies letzte dies höchste trug goethe macht und willen im busen und dazu hatte er sich dazu hatte herder ihm wer vermöchte so verwoben es jemals zu lösen die sprache geschaffen in der das ganze leben eines volkes tönend geworden war in der die unschuld der volkssprache das zeitlose leben der dialekte mit eingeschmolzen war und der ton der altfordern rhythmus und gehalt von luthers deutscher bibel rhythmus und klang der ballade und des volksliedes und tausendfache herzens sprache einzelner so vieler ketzer und halbketzer des achtzehnten und noch des siebzehnten jahrhunderts so vieler stillen im lande so vieler einsamer seelen herzenslaut und angst und sehnsuchtslaut so war das leben der nation in einem wesen geworden und dies dies war nicht entweit dies war noch geheimnis ungesagtes wort noch geistigste unverwirklichte gegenwart denn als beethoven jung war war ja der faust nicht am tage auch nicht in seiner fragmentarischen gestalt sondern es war die ahnung da ein solches werk titanisch und kühn über jedes beispiel hatte der gewaltige mensch der mit zweiundzwanzig den werter schrieb in seinem busen wie ein brauendes gewitter ein kern ungeheurer geistiger elektrizität lag dies in der europäischen atmosphäre in dieser wunderbaren beispiellos aufgewühlten denn da war ja auch noch rousseau nicht als ein lebender aber als ein voll ausschwingendes gewaltiges geistiges und da waren schillers jugenddramen von den räubern bis don carlos wahrhaftig aus dem nichts geschaffen nichts als elektrizität spannung anklage generosität ungeheure großherzige anmaßung und diese spannungsfelder treffen sich irgendwo dieser sturm rousseau und dieser sturm schiller sie stießen irgendwo und tausendfach in der brust von menschen aufeinander und bildeten wirbel zyklone welch ein zyklon in der brust ihres landsmannes johann caspar schweizer aus dem heraus er dieser alle fieber seiner zeit mitfiebernde unvergessliche mensch nachts im thüriengarten seine zettel an die freunde daheim aus dem paris von 1793 hinkritzelte und da zitterte ja noch ganz deutschland nach von dem fieber des werter und nun griff dieses fieber nach europa über und griff nach einem solchen herzen wie dem napoleons und da waren goethes hymnen und die titanischen fragmente nicht kalter registrierter literaturbesitz sondern aufregende entladung potenz möglichkeit gebet und rebellion zugleich und da war egmont eben endlich fertig dies scheinbar bürgerliche stück mit der furchtbaren finsternis des fünften aktes dieses stück das zweideutigen ruhm genießt schwach den schwachen stark den starken dem beethoven dann seine musik gab weil es ihm dem stärksten seine ganze stärke geoffenbart hatte und in dies von blitzen schwangere kräfte fällt trat beethoven hinein der jüngling und hier unterbrechen sie mich tritt wer hinein rufen sie in ihrem innern mir entgegen ludwig van beethoven ein junger musiker aus dem kölnischen ein anfangender komponist ein naiver dumpfer breitbeiniger junger mensch mit brennenden augen im breiten gesicht mit breitem nacken beflissen nur seiner kunst begierig sich in ihr zu vervollkommenen zu ringen mit virtuosen und unter ihnen der erste zu werden begierig nach wien zu übersiedeln unbekümmert um jean jacques und goethe und herder und schiller begierig zum allermeisten wie heißt das prophetische wort im brief des grafen waldstein zum lohn unablässigen fleißes aus der erkaltenden hand des alten heiden das erbe mozarts zu empfangen was soll es dass ich ihn mit diesem sturm der geister in beziehung bringe aber er war ja kein jüngling er war kein werdender kompositeur er war ein geist der letzte und der gewaltigste den der genius der nation noch hinauf rufen konnte und hineinstoßen in diese ungeheure epoche dies alles war für ihn da im höchsten sinne war es gerade für ihn da nicht wie für einen bücherleser nicht wie für einen aufgeregten genießenden romantiker sondern wie für einen helden wie sollte sich der held dem höchsten entziehen das in der epoche da ist für ihn ist es ja gerade da als höchste aufforderung und seine naivität gerade dieser bleibt ja nichts vom wirklichen verborgen nur den ballast der zeit all das scheinbar geistige womit die gegenwart den lebenden sand in die augen streut das stöbernde kleinzeug nur dies lässt sie unangerührt liegen aus einem solchen wesen wie er war unzerklüfteten unschuldigen gemütes aus einer solchen brust unsäglicher leidenfähig aber auch zartester hingabe und titanischen aufschwunges aus einer solchen bricht der höchste geist hervor denn der höchste geist ist immer dort wo die größte innere bedrängnis ist und in nichts anderes als in die größte entscheidende situation der epoche wächst ein solcher geist hinein und dieses war sie um rede hatten sie alle gerungen um magische redegewalt um ein aussagen von gott wie der von ihm aussagt der ihn von angesicht zu angesicht gesehen hat um die rede mosis um das hinreißen der mitmenschen zu gott um die sprache die alles sagt und er er hat diese sprache in ihm wohnt sie so kann ich ihn ja nicht losreißen von den dichtern der nation wenn ich in so feierlichem augenblick auf das schaue was über den künsten da ist auf das walten des geistes der sich offenbart in den Zeiten aber zunächst in wien ist er ja ein musiker und nichts als ein musiker und ist ein virtuose und ringt mit virtuosen und erfüllt die formen die geschaffen sind von den vorgängern und es entstehen die lieblichen werke der ersten periode in denen so viel von mozarts geist ist und noch mehr von heidens geist und doch schon beethovens impuls und anruf an die seele aber noch ist dies alles musik nichts als musik und wer hätte den mut diesen jungen meister der tonkunst neben jene heroen zu stellen ohne ein paradoxon aber dann lassen sie mich dies aussprechen dann verstummen diese münder im letzten geheimsten sinn verstummen sie und es ist niemand mehr da der sich vermäße das letzte höchste unmittelbar herauszurufen als dieser einzige mund beethovens ich will im nächsten augenblick versuchen es zu rechtfertigen inwiefern ich dies auszusprechen wagen durfte inwiefern ich das was um 1800 in goethe in schiller in herder vorging ein verstummen nennen darf aber nehmen sie es für jetzt hin sie verstummen und beethofen allein ist da vor gott zu reden für die menschen was vollzieht sich da nur hindeuten darf ich darauf aber hindeuten als auf ein wirkliches denn wirklicher ist der geist der zeitalter als der der individuen und so sehr erscheint mir europa als eine einheit dass ich mich getraue es zu sagen so wie an einer stelle der europäischen welt gewalt und geist sich verschmelzen und in einem dämonischen individuum der geist tat wird ich rede von napoleons hervortreten und sehe ihn jetzt im gleichen fast überhistorischen sinne wie goethe ihn gesehen hat so zieht sich die dämonische überkraft der heroische drang der auf mehr als poesie zielte der auf unmittelbares gottverwandtes wirken zielte aus den gewaltigen individuen heraus die seine träger waren goethe schiller und herder sind noch immer da sie geben noch immer herrliches als dichter als künstler als denker sie geben das was für das fortleben ihrer gestaltung entscheidend ist goethe die romane die naturwissenschaftlichen werke den zweiten faust schiller die reihe seiner klassischen dramen von denen eines ein palladium ihrer nation ist aber dies vollzieht sich unter einem verzicht auf die letzte dämonie der titanische drang für die myriaden stummer einzelner individuen welche im geistigen sinne die nation ausmachen für diese das unermessliche in worte zu drängen der eigentliche propheten drang der erlischt der wahrhaft musische das wort in seiner höchsten anspannung genommen charakter fällt von ihrem wirken ab unter verzicht auf die titanische aspiration seiner jugenddramen stellt schiller die reihe der klassischen dramen hin worin das ringen der idee in geschichtliche situationen hineingewebt das individuum als träger der idee im kampfe mit den gegebenheiten aufgezeigt wird herrlich aufgezeigt aber eben im bilde aufgezeigt dargestellt nicht wie in jenen jugenddramen aus dem nichts hervorgeschleudert mit dem titanischen vermessen unmittelbar in die welt hineinzugreifen zu revolutionieren aus den angeln zu heben und goethe und goethe ist nicht dieses ganze schaffen des reifen des zweiten goethe das wahre beispiel für den übergang vom unmittelbaren zum mittelbaren anstatt des titanischen lyrisch dramatischen ich bin da ad sum des ersten faust anstatt dieses titanen willens durch die wort gewordene seele unmittelbare gewalt zu üben bis zu den sternen hinauf als einzelner fürs ganze geschlecht nun jenes sich beugen unter den bogen des gesetzes jenes erkennende sich demütigen vor den formen ist nicht im letzten sinn in diesem gestalter werden doch eine resignation und der ausdruck dieser entsagung sprechend für den der es erkennen will ist es nicht lassen sie es mich heraussagen obwohl es sich um das größte werk der nation handelt ist das nicht der bruch zwischen dem ersten und dem zweiten faust und nicht wunderbar deutlich ausgesprochen im faust selber wie der titane faust dieses lyrische ich goethes gott gleich sich wähnend ringt um das unmittelbare anschauen gottes und wie der faust des zweiten teiles in den wundervollen terzinen des sonnenaufgangs der niemals ohne eine schweizerische landschaft unsterbliche form geworden wäre wie er sich abwendet vom anblick der sonne die in der schiffren schrift dieses symbolischen gedichtes nichts geringeres ist als gottes unmittelbar geschautes verzehrendes antlitz und sich demütig dem wasserfall zuwendet und dem regenbogen demütig den vorhang küsst vor dem heiligtum des unschaubaren und seiner demut sich rühmt mit dem worte der weisheit am farbigen abglanz haben wir das leben und herder selbst dieser dritte hochgerühmte wenig gekannte große geist er der an dem werden unserer geistessprache mit gewaltiger hand mitgewoben hat sehen wir den gleichen schatten der resignation nicht auch ihn überfliegen wenn er der geträumt hatte wie einer von einer alles sagenden sprache der gerungen hatte wie einer und mit riesen kräften den weg zu weisen wie das unendliche ja das schlechthin unsägliche wäre in worte zu drängen hören wir um die gleichen jahre nicht auch aus seinem munde in so tiefsinnigen schriften wie der plastik in den blättern der adrastea solche worte gib mir den wink und blick der seele gib mir die gebärde sie ist mehr als worte und als weise er auf den einen hin dessen namen er nicht nennt und vielleicht nicht kennt nun das wort das töne um das unsägliche zu sagen töne allein der musik gleich stehen töne also die musik heraufgerufen um den geist unmittelbar zu beschwören wo sein mund wo schillers und goethes mund verstummen wer bleibt da zu reden für den tiefsten drang einer im tiefsten transzendenten also religiösen nation wer bleibt hinaufzugehen vor gott und sei es auch beschwerten behinderten wortes wie moses der erste der propheten wer bleibt als er beethoven da geheimnisvolle und notwendige fügung wie in den anderen großen menschen das heroisch prophetische zurücktritt sich umbildet zum wesen zum bildnerischen zum religiösen einer anderen ordnung da tritt es in ihm gewaltig hervor da wird er zug um zug zu der mythischen gestalt der größten welche die neuere zeit hervorgebracht hat da haust er einsam mitten unter menschen wie philoctet auf seiner insel in dem leichtlebigen menschenwimmelnden wien und da zieht er von einem haus ins andere da sind diese neunundzwanzig wohnungen in allen bezirken wiens und in ihnen dies maßlos einsame leben und die törichten und halb ahnungsvollen besucher denen er entgegentritt wie ein grauer löwe oder wie eine gewitterwolke durch die die sonne sich hindurch drängt oder wie ein ungestalter aber leidensvoller riese da hebt diese abwendung an vom sinnlichen wohllaut der musik daß er rossinis musik von der wien erfüllt ist nicht mehr ertragen kann ja daß ihm selber die eigene musik nicht mehr genügt und er an ihren grenzen hinstürmt wie der behemoth da kommt wie wenn der finger gottes ihn unmittelbar berührt hätte die taubheit das ersterben des sinnes selber der ihm das übersinnliche zugemittelt hatte da fängt der unerklärliche prozess an wodurch schließlich sein antlitz zu einem geistes zeichen wird und uns genau so anblickt wie seine werke mit der gleichen mischung von titanischem trotz und ergebung in gottes willen da führt er in starrender einsamkeit dies tönende gespräch mit dem eigenen herzen mit der geliebten die nie sein finger berührt hat mit gott da verschmäht er den wohllaut wo er nicht wie aufrauschen des engels fittichs ist da läst er die melodie wie ein launisches mädchen sich von uns abkehren und plötzlich wieder nach furchtbaren finsternissen mit verklärter geheiligter mine uns anlächeln da wird er einsam mit seinem gott aus unzerbrochenem frommem gemüt schöpfer einer sprache über der sprache da redet er nicht zum volk auch nicht für das volk aber doch für jeden einzelnen und noch für die geschlechter die da kommen werden da erbaut er in jedem musiksatz den thron geistiger leidenschaft da fühlt er tiefer als worte es sagen können auch das ganze gewicht des eigenen wesens da weiß er daß er einen napoleon geist gegen geist gewogen aufwiegen oder wohl gar überwiegen würde da bricht in einzelnen zornmütigen oder stolzen aber immer naiven worten das gefühl seiner heldenhaftigkeit hervor da kommen wenn seine lippe sich löst die worte mut glaube kraft so groß und unentweit aus seinem mund wie aus keines sterblichen der neueren zeiten da wird er zu etwas dessengleichen nie da war und so sehen ihn die augen der besten so hat ihn wohl nicht goethe gesehen aber bettina das geschöpf aus goethes element und theodor amadeus hoffmann und bettina spricht es aus der fühlt sich als weltherrscher als der begründer einer neuen basis im geistigen leben so umgeben sie ihn mit einem schauder er ist ihnen ein magier und so sehen sie ihn hineinschreiten in ein dunkles unbekanntes das ist die nachwelt und diese nachwelt sind wir das ist ein ernster sonderbarer bemühender gedanke ein solches stück europa wie wir hier eine solche versammlung unter dem zweideutigen licht dieses 1920 unter der rasenden unruhe dieser geistigen revolutionen die durcheinander hinfressend einander bald verstärken bald ersticken wir sind seine nachwelt ohne uns wäre er allein in diesem augenblick aber wir haben keine stimme gewaltig und wie aus einem munde zu ihm zu rufen in dieser feierlichen stunde denn abermals zeigt sich das zeichen der ungeselligen unberetsamen nation abermals wie vor 150 jahren ringt die nation um eine wahrhaft gemeinsame sprache um worte das unermessliche in sie zu drängen aber nicht wie damals ist es dass die sprache zu arm und dürftig wäre sondern in ihrem unermesslichen reichtum geschieht es dass sie die menschen nicht zusammen sondern auseinander hält es ist etwas unreifes in diesem reichtum und ein unvermögen die gegensätze die sie setzt sind uns seichte gegensätze die magie der worte ist nicht kräftig genug eine welt zu tragen in der die dinge nein auch noch die maße der dinge in ihrer relativität enthüllt sind die sprache scheint alles nur noch ironisch zu betasten nichts mehr zu beherrschen ihre eigentliche zaubergewalt das göttliche in ihr das unmittelbare ist dahin die philosopheme lösen sich auf in dem spiel der relativitäten die geschichte will sich auflösen wie ein nebel jedes beharrende wird bezweifelt die gestalt wird bezweifelt sie die in politik und kunst die wunderbare überwindung der materie ist die form wird bezweifelt in der musik in den bildenden künsten in der dichtkunst jede gemeinsamkeit wird bezweifelt ironie webt über dem allen und die nation um sich zu heilen fällt wieder in die einzelnen auseinander wie sie vor 150 jahren glorreich in die einzelnen auseinander trat der einzelne aber das individuum es ist nicht mehr das eingeschränkte individuum von damals mit seiner dumpfen not heute liegt eine neue not auf den individuen das allzu viel von freiheit wie damals das allzu viel von bindung aber eben in dieser not liegt eine neue hoffnung eben weil alles überwunden ist und ein angstvolles fühlen des abgrundes der unter den dingen ist und unter den theoremen und unter den erkenntnissen uns durchzieht wie ein beständiger schwindel eben darum ist allem unserem tun eine latente religiosität beigemischt ein drang nach dem formgebenden leben verleihenden nach dem was nirgends an der materie auch nicht an der geistigen materie an der formel haftet nach gott wieder ist in einer durch das ungeheuerste gemeinsame erlebnis aufgewühlten generation und der krieg ist für die die ihn wahrhaft erlebt haben ein ungeheures erlebnis gewesen eine ungeheure aspiration lebendig und wieder ringt ein geschlecht um die schöpfung der sprache aus dem tiefsten erlebnis dem erlebnis grenzenloser einsamkeit und grenzenloser verwobenheit zugleich aber und abermals fehlt der nation der seelen mittelpunkt so liegt sie da wie ein krankes des eigenen daseins nicht mächtig und mit fremden verworrenen gedanken aber die einzelnen sind des hohen noch eingedenk in einer vorbildlosen geistigen situation umgeben von der auflösung jedes festen schöpfen sie aus der not selber aus der einsamkeit selber einen ungeheuren mut der etwas hat lassen sie mich es aussprechen vom mut der verzweiflung wo nirgends mehr heiliges unbetretbares gebiet ist alles entheiligt alles erkannt als relation und konvention doch irgendwo in sich im einzelnen ich drang voll trotzend dem ungeheuren selbst ein ungeheures fühlen sie ihn errichtet ihn den beethoven in jedem musiksatz aufbaute den thron der geistigen leidenschaft von wo der glühende gedanke nach allen seiten ausladend hin eilt zu umfassen ein ewiges nie ganz zu umfassendes dem wort misstrauend sind sie die besten die in denen wahrhaft die nation sich erneuert unberetsam aus keuschheit oder aber ihre beretsamkeit ist unanmutig ist ein ungelenkes kämpfen mit einer überreichen sprache deren geistigem sie misstrauen weil es in tausend sich kreuzenden reihen ein technisches geworden ist in diesem feierlichen augenblick treten sie ernst zueinander und wo ihrer nur zwei oder drei beisammen sind da ragt über ihnen ein haupt unausdeutbaren ausdrucks störrisch und fromm zugleich templum in modum arcis ein gottestempel in gestalt einer burg bethofens haupt er ist ein geist und wir gedenken seiner in dieser stunde die wir geister sind möge er in der gleichen stunde unser gedenken und durch uns hinziehen mit dem wehen seiner kraft und reinheit ende von zürcher rede auf bethofen rede auf bethofen 1770 1920 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2009 rede auf bethofen 1770 1920 von hugo von hofmannsthal erst druck in neue freie presse wien 12 dezember 1920 150 jahre sind ein gewaltiger zeitraum gemessen am leben des menschen die nation aber misst mit anderen maßen und jenes damals ist ihr ein gestern damals war über der deutschen nation eine zeit wie junger morgen aufsteigend gegen hohen mittag die stunde im leben des volkes die heute geschlagen hat wüssten wir kaum zu benennen aber wir müssen sie auswarten und fest und ruhig in ihr stehen das ist unser teil Mozart war da und hier in diesen gemarken wo sich das neue und alte europa berühren an diesem grenzstrich zwischen römischem deutschem und slavischem wesen hier war die musik entstanden die deutsche musik die europäische musik die wahre ewige musik unseres zeitalters die volle erfüllung natürlich wie die natur unschuldig wie sie aus den tiefen des menschlichsten der deutschen stämme hervorgestiegen trat sie vor europa hin schön und fasslich wie eine antike aber eine christliche gereinigte antike unschuldiger als die erste aus den tiefen des volkes war das tiefste und reinste tönend geworden es waren töne der freude ein heiliger beflügelter leichter sinn sprach aus ihnen kein leichtsinn seliges gefühl des lebens die abgründe sind geahnt aber ohne grauen das dunkel noch durchstrahlt von innigem licht dazwischen die wehmut wohl denn wehmut kennt das volk aber kaum der schneidende schmerz niemals der einsamkeit starrendes bewusstsein für ewig hatte dieses junge volk der deutschen das späteste in europa das neugeborene aus dem grab eines dunklen jahrhunderts seine stimme gewonnen und ihr wohllaut fließe ewig durch die aufeinander folgenden geschlechter hin und sei gesegnet und das volk erkenne in ihm den innersten klang seiner frommen und freudigen seele aber wer ist beethoven daß wir trotz mozart ihn heute feiern in der dunklen ungewissen stunde als einen der keinem weicht daß wir heute sagen jener war der einzige er aber war der gewaltige nicht länger in diesen neueren zeiten bleiben die nationen eine einheit in sich wie wir uns die alten denken oder die großen völker des oriens wie ein einziger metallener stab das ganze volk einen vollen ton gebend unterm hammerschlag des schicksals am wenigsten sie die zerklüftete von anbeginn die deutsche myriaden seelen lösen sich von der innigen gemeinschaft und bleiben gelöste ihr doch schwebend verbunden unantiken gepräges die neueren menschen vorväter uns und brüder zugleich denn wir sind für dieses geschlecht wiederum was sie für ihres waren die geistigen nicht die blüte der nation wer wagte das zu sagen ohne scham auch nicht das herz aber doch wohl ihr flügel mit dem sie sich hebt über den abgrund der sonne entgegen nichts war würdig an ihnen zu bestehen wofern sie sich abtrennten im letzten von der wesenart des volkes doch war vereinzelung ihnen auferlegt furchtbar war und ist ihr geschick an ihnen aber hängt doch das geschick der nation und sie sind die erbvollstrecker der jahrhunderte hin und her geworfen zwischen großem stolz und schwachmut zu zeiten dünken sie sich göttersöhne schöpfer das ungeheure fast lästerliche wort dünkt ihnen nicht zu groß die fülle zu malen die sie in sich tragen dann aber stürzen sie wieder dahin wie ikarus das stumme ungesellige der nation in ihnen ward und wird es zur glühenden qual sie verzehrten sich im gefühl der unmitteilbaren fülle mitten unter den menschen waren sie einsam wie die eremiten ihrem drang zu genügen kam werther der maßlos liebende faust der maßlos begehrende für sie warf schiller gestalt auf gestalt in die welt die dem gesetz der welt das gesetz des eigenen einzelnen herzens entgegenstellte und hieß in kühnen reden hochsinnig gestalt die gestalt überbieten für sie horchte herder begabt mit maßloser gewalt des ohres in die jahrhunderte und in die völker aber ihrem drang war der werther unzulänglich der faust gab ihnen nicht das letzteste über herders ohr ging ihre begierde hinaus das unhörbare zu erhorchen und schillers gestalten waren die beredsamkeit ihrer träume nicht der nerv ihrer taten denn dieser beredsamkeit letztes ziel war politik und danach stand ihnen nicht im tiefsten der sinn dazu waren sie zu unreif und zu überreif immer wieder sie ringen um das lebendige wort und um die lebendige tat sehnen sich nach dem unerreichlichen dass das wort und die tat eins sei mozarts klänge waren ihrem drangvollen herzen zu erhaben in ihrer harmonie und zu irdisch friedevoll sie wollten den redner der ihr zerklüftetes in eins brächte und das übermaß der empfindung reinigte und heiligte den priester der ihr herz hinauf trüge vor gott wie ein verdecktes opfergefäß den wortführer oder wie sage ich es sie wollten den priester ohne tempel den wortführer gewaltig wie moses und doch beschwerten behinderten mundes sie wollten den redner das unsägliche zu sagen ihre ganze inbrunst ging auf das was unerfüllbar schien da rief der genius der nation noch einen da trat beethoven hervor er trat herein in heidens und mozarts welt wie adam hereintrat zwischen die vier ströme des paradieses er glich den engeln und war nicht ihresgleichen frommen aber störrischen gesichtes er war der erste mensch sein verhältnis zur musik war nicht mehr unschuldig es war wissend das singende gleichsam mit menschenstimme sprechende orchester unter seinen händen sang nicht mehr den reinen wohllaut verklärte harmonie der schöpfung es sang eigensinnig des einzelnen menschen lust und weh jeder musiksatz war ein thron der leidenschaft ihm war brust und stimme gegeben das heilige aus seinen geheimen wohnsitzen zu rufen und er rief es zu sich dem einsamen mit ihm zu ringen und mit ihm zu spielen einsam führte er ein tönendes gespräch mit dem eigenen herzen mit der geliebten mit gott ein stockendes gespräch oft ein erhaben verwirrtes aus unzerbrochenem im aufruhr noch frommem gemüt ward er der schöpfer einer sprache über der sprache in dieser sprache ist er ganz mehr als klang und ton mehr auch als symphonie mehr als hymnus mehr als gebet es ist ein nicht auszusagen des eines menschen gebärde ist darin der da steht vor gott hier war ein wort aber nicht das entweite der sprache hier war das lebendige wort und die lebendige tat und sie waren eins sein werk ist nicht volkstümlich und wollte es nicht sein darum kann sich zwar das volk in seinen werken nicht erkennen aber die einzelnen die vom volk abgelöst sind und zu ihm gehören können ihr und ihres volkes wesen in ihm erkennen dem mann aus dem volk gleichend hatte er eine unzerbrochene unzerklüftete seele aber er hatte was das volk als ganzes nicht kennt und was die vielen nicht kennen die das wort meist trüglich im munde führen geistige leidenschaft und aus ihr machte er den sitz der musik stark war er und beherzt und mutig und unschuldig wie ein kind aber in ahnung und aufschwung konnte er sich erheben wohin kaum je ein mensch gedrungen war aufrichtig war er und war alles im bereich des geistes hat er gefühlt und gekannt nur nicht den zweifel jede bewegung des gemüts hat er auszusprechen vermocht nur nicht den leichtsinn ganz war er was ihn traf das traf den ganzen menschen sein leib war stark und kraftvoll bis zur derbheit und ausgestattet zu leiden wie eines propheten und mittlers leib an dem sinn der ihm das übersinnliche zubrachte traf ihn die prüfung und machte ihn ärmer als den gewöhnlichsten menschen darin gleicht er dem moses der reden musste mit gott für sein volk und ein stammler war sein leib und sein geist waren eins schließlich blickte sein gewaltiges störrisches antlitz genau wie seine werke und wo sein leib ruht da ist wahrlich eine geheiligte stätte und das grab eines heroen ehre uns und erhebung auf immer die wir es umwohnen denn ihn trugen so war es bestimmt vom fernen rhein zu uns her die schritte mozart und heiden die unseren traten ihm entgegen unsere landschaft hat ihm mit rauschen der bäume und singen der vögel das herz gesänftigt solange noch ein laut der welt in sein inneres drang auf unseren boden hat er sich hingeworfen in sich hinein zu horchen und grillparzer und schubert haben seinen sarg zu grab getragen feierlich ist dieser augenblick da wir eines solchen menschen gedenken und wie er unter uns herumging und wie wir den fuß in die stapfen seiner füße setzen und erhöht dadurch dass er ein großes volk in der erniedrigung trifft in der lichtlosen stunde erglenzen die geschmeide des himmels und unter diesen ist er es ist nicht die stunde feste zu feiern aber es ist die stunde sich zu sammeln und sich aufzuerbauen angegriffen ist diese nation in ihrem tiefsten und unzerbrochen dennoch trägt sie und trägt nicht knirschend sondern in tiefen gedanken verschuldung fühlt sie gegen den eigenen genius und will ihr herz emporheben über die verschuldung in den einzelnen sucht sie sich wieder herzustellen der eigenen unerschöpflichen tiefe dunkel bewusst und wieder hängt an den einzelnen das geschick und an der jugend ob sie sich würdig erweise abermals zeigt sich das zeichen der im tiefsten ungeselligen unberetsamen nation das wort der gemeinsamen sprache das alle binden sollte zur einheit hält alle tausendfach auseinander wie ketzer und wieder ketzer die nation hat im geistigen nicht einerlei sprache so hat sie keinerlei ihr fehlt aber und abermals der seelenmittelpunkt so liegt sie da ihres eigenen daseins nicht mächtig und mit fremden verworrenen gedanken wie ein krankes aber die einzelnen sind des hohen noch eingedenk und noch tragen sie in sich aufgebaut den thron der geistigen leidenschaft von wo der glühende gedanke nach allen seiten ausladend hineilt zu umfassen ein ewiges nie ganz zu umfassendes dem wort misstrauend sind sie unberetsam aus keuschheit in ihrem herzen aber ist sprachlose sprache die über allen sprachen ist ist wissen um alle finsternisse des daseins und dennoch hoffnung bis an die sphären in diesem feierlichen augenblick treten sie ernst zueinander und wo ihrer nur zwei oder drei beisammen sind da ragt über ihnen ein haupt unausdeutbaren ausdruckes störrisch und fromm zugleich templum in modum arcis ein gottestempel in gestalt einer burg beethofens haupt wir gedenken seiner in dieser stunde möge er in der gleichen stunde unser gedenken und durch uns hinziehen mit dem wehen seiner kraft und seiner reinheit ende von rede auf beethoven 1770 1920 der berühmteste mann der welt von kurt tucholsky in prager tageblatt vom 22 juli 1922 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von rolf kaiser buchum deutschland im märz 2009 der berühmteste mann der welt von kurt tucholsky motto all der unsinn den mr chaplin macht kommt nicht aus dem vergeblichen versuch klug zu sein sondern aus den misslingenden versuchen so zu sein wie andere leute auch kein parlamentarier ist der berühmteste mann der welt und kein politiker weder wilson noch point carré kein erfinder ist es kein tenor kein flugzeugführer der berühmteste mensch ist zweifellos herr charlie chaplin über den alle einmal gelacht haben die pariser und die londoner alle amerikaner und die australischen matrosen die besucher der chinesischen kinos und neuerdings auch die deutschen der alte kontinent und der neue und dass der mars noch nicht über ihn gelacht hat liegt nur an der mangelhaften verbindung zu diesem kinolosen möbel mr chaplin ist so die gegend betritt ein kleinerer mann mit einem kleinen schwarzen hütchen einem stöckchen einem schnurrbärtchen er geht wie noch nie ein mensch auf dieser welt gegangen ist er watschelt rasch und eilfertig auf zwei füßen deren spitzen ganz nach auswärts gedreht sind er hat schwarze fast traurige augen und er sieht bekümmert in die welt weil es nun doch gleich einen kummer geben wird richtig da ist er der kummer ist ein dicker mann ein roher bursche von ungeheurem format mit dem herr chaplin sofort aneinander gerät weshalb ist nicht ganz klar diese filme sind überhaupt nicht ganz klar aber es kommt ja nicht auf ihre handlungslosigkeit an und auf das gewirr von prügeln feuerwehrschläuchen jungen mädchen auslaufenden milchflaschen und herunterfallenden gipsbüsten es kommt auf ihn an auf mr chaplin aus den acht oder zehn filmen die bis jetzt nach deutschland gekommen sind bleibt eine fülle von einzelheiten haften deren jede vollendet gespielt ist mr chaplin lädt dreizehn stühle auf seinen rücken sieht aus wie ein morgensternsches stuhlschwein und starrt vor lauter stuhlbeinstacheln mr chaplin ist aus dem gefängnis entflohen wo die amerikanischen streiflinge bekanntlich gestreifte kleidung zu tragen haben und erwacht morgens im bett verwundert und deprimiert gleiten seine schwarzen klugen augen über den gestreiften pyjama und über die gitterstäbe seines bettes also doch wieder gefängnis nein der diener bringt den kaffee und wie herr chaplin dann sofort aus dem geduckten flüchtling ein feiner herr wird mit einer zuckung der schulter einem ganz unmerklichen zusammenreißen in den augen das ist schlechthin meisterhaft herr chaplin muss hungrig zusehen wie ein dicker mann von vierundzwanzig tellern sein frühstück ist dann soll er die leeren teller abräumen ein blick zwei löffel und herr chaplin beginnt mit sieghafter geste auf den tellern xylophon zu spielen all diese einfälle dauern nur einen augenblick das geht alles ganz rasch vorüber wird mit den sparsamsten mitteln exekutiert er hat sich hinter einem umgestürzten küchentisch verbarrikadiert und bewirft seine partner mit gebratenen kartoffelklößen blitzschnell taucht die assoziation schützengraben in ihm auf er ergreift zwei leere weinflaschen steckt den kopf über den tisch und beäugt unendlich strategisch den feind durch dieses neue scherenfernrohr und blitzschnell taucht er wieder unter er hat eine komik des nicht tuns entwickelt die ganz ungeheuerlich ist der mann der sich nicht traut durch eine tür zu gehen dreimal ansetzt und viermal umkehrt ist noch niemals so gespielt worden wie von ihm er sitzt in der heilsarmee und muß über irgend etwas lachen das neben ihm vorgeht der strafende blick des predigers fällt auf ihn großaufnahme man sieht ihn fröhlich grinsen und dann ist das lachen wie mit einer zange abgekniffen unruhig ruckelt ein gerüffelter schuljunge auf seinem platz und ganze völkerschaften liegen unter dem tisch womit er das alles erreicht ist völlig unbegreiflich manchmal nur mit einer kleinen bewegung er kann mit den schultern weinen einmal wird er massiert chaplin sieht den riesigen bademeister und sein beklatschtes und maltretiertes opfer er wird der nächste sein und in den unergründlichen augen liegt eine solche angst eine solche tiefe und fast tierische furcht und dazu ein gran ironie daß es so etwas gibt und er bewegt sich nicht und man hört ihn jeden gedanken denken er ist so gütig und freundlich zu aller welt neben ihm steht ein kleiner spielhund aus tuch ein spielzeug wie es die kinder haben eine flasche läuft aus und bekleckert ihm die hosen ingrimmig und schockiert sieht er den hund an dann stellt es sich heraus dass es doch die flasche war und leise streichelnd mit einer unendlich zarten bewegung bittet er das hündchen um verzeihung der mensch muss eine unerhörte beobachtungsgabe haben ein stehlendes auge er kann die bewegungen aller handwerke nachmachen einmal frisiert er den kopf eines bärenbett vorlegers und mit welch femininer grazie und mit welch gelangweilter selbstverständlichkeit er kam und bürste handhabt und nach dem schamponieren leicht und elegant und oberflächlich den nassen kopf abtrocknet das zeigt die natürliche komik dieses großen künstlers wenn unsere mimen auf der bühne einen handwerker nachmachen dann sieht man daß sie ihn niemals beobachtet haben so klopft kein schuster so schreibt kein schreiber so bewegt sich kein kutscher chaplin kennt sie alle er bekommt es fertig nur durch seine erscheinung andere leute lächerlich zu machen er braucht nur aufzutreten mit dem kleinen hütchen mit dem kleinen stöckchen schnurrbärtchen watscheln auf seinen unmöglichen beinen und alles drum herum hat plötzlich unrecht und er hat recht und die ganze welt ist lächerlich geworden es gibt ein bild von ihm aus dem kriege auf dem der zeichner den deutschen kaiser abgebildet hat und seine generale mit starrenden schnurrbärten und furchteinflößenden helmen ihre augen kullern ihnen fast aus dem kopf sie sehen alle auf eine sache denn vor ihnen latscht chaplin durch den saal sich leise einen pfeifend und unbeschreiblich frech sein stöckchen schwingend und der ganze militarismus ist hinten heruntergefallen all der unsinn den mr chaplin macht kommt aus den misslingenden versuchen so zu sein wie andere leute auch er hat einmal gesehen wie der mixer mixt und wie er in dem affentanz von eisstückchen cherrykoblern silberbechern und herumhantieren an jedem ei kurz riecht bevor er es in den topf schlägt aha das macht man so und wenn er chaplin mixt riecht er auch an dem ei aber bevor er es aufschlägt das kommt in der fixigkeit nicht so genau darauf an man sagt daß er alle seine filme probeweise kindern vorspiele wenn das nicht wahr ist ist es brillant erfunden denn diese filme mit der nachdenklichen komik mit der lustigen tragik wenden sich an das kind im menschen an das was wohl bei allen völkern gleich geblieben ist an die unverwüstliche jugend kraft er stellt das primitivste dar aber das genial und er zeigt wie lächerlich es ist ein erwachsener mensch zu sein der sich ernst nimmt als er einmal von europa zurück nach los angeles fuhr begrüßten ihn auf einer kleinen amerikanischen station zweihundert kleine jungen alle als mr chaplin verkleidet mit dem kleinen hütchen mit dem kleinen bärtchen und mit dem kleinen stöckchen so watschelten sie auf ihn zu und weil er sehr kinderlieb ist hat er ihnen allen guten tag gesagt er ist wie alle großen komiker ein philosoph versäumen sie nicht ihn sich anzusehen sie lachen sich kaputt und werden ihm für dieses lachen dankbar sein solange sie leben da geht er hin und ruckt nach all dem kummer an einem kleinen hut und watschelt ab und sagt mit den beinen auf wiedersehen ende von der berühmteste mann der welt die turnstunde von reiner maria rilke erst druck in die zukunft berlin 10 jahrgang 1902 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2009 die turnstunde von reiner maria rilke in der militärschule zu sankt severin turnsaal der jahrgang steht in hellen zwillig blusen in zwei reihen angeordnet unter den großen gaskronen der turnlehrer ein junger offizier mit hartem braunen gesicht und höhnischen augen hat frei übungen kommandiert und verteilt nun die riegen erste riege reck zweite riege barren dritte riege bock vierte riege klettern abtreten und rasch auf den leichten mit kolophonium isolierten schuhen zerstreuen sich die knaben einige bleiben mitten im saale stehen zögernd gleichsam unwillig es ist die vierte riege die schlechten turner die keine freude haben an der bewegung bei den geräten und schon müde sind von den zwanzig kniebeugen und ein wenig verwirrt und atemlos nur einer der sonst der allerletzte blieb bei solchen anlässen karl gruber steht schon an den kletterstangen die in einer etwas dämmerigen ecke des saales hart vor den nischen in denen die abgelegten uniformröcke hängen angebracht sind er hat die nächste stange erfasst und zieht sie mit ungewöhnlicher kraft nach vorn so dass sie frei an dem zur übung geeigneten platze schwankt gruber lässt nicht einmal die hände von ihr er springt auf und bleibt ziemlich hoch die beine ganz unwillkürlich im kletterschluss verschränkt den er sonst niemals begreifen konnte an der stange hängen so erwartet er die riege und betrachtet wie es scheint mit besonderem vergnügen den erstaunten ärger des kleinen polnischen unteroffiziers der ihm zuruft abzuspringen aber gruber ist diesmal sogar ungehorsam und jasterski der blonde unteroffizier schreit endlich also entweder sie kommen herunter oder sie klettern hinauf gruber sonst melde ich dem herrn oberleutnant und da beginnt gruber zu klettern erst heftig mit überstürzung die beine wenig aufziehend und die blicke aufwärts gerichtet mit einer gewissen angst das unermessliche stück stange abschätzend das noch bevorsteht dann verlangsamt sich seine bewegung und als ob er jeden griff genösse wie etwas neues angenehmes zieht er sich höher als man gewöhnlich zu klettern pflegt er beachtet nicht die aufregung des ohnehin gereizten unteroffiziers klettert und klettert die blicke immerfort aufwärts gerichtet als hätte er einen ausweg in der decke des saales entdeckt und strebte danach ihn zu erreichen die ganze riege folgt ihm mit den augen und auch aus den anderen riegen richtet man schon da und dort die aufmerksamkeit auf den kletterer der sonst kaum das erste drittteil der stange keuchend mit rotem gesicht und bösen augen erklomm bravo gruber ruft jemand aus der ersten riege herüber da wenden viele ihre blicke aufwärts und es wird eine weile still im saal aber gerade in diesem augenblick da alle blicke an der gestalt grubers hängen macht er hoch oben unter der decke eine bewegung als wollte er sie abschütteln und da ihm das offenbar nicht gelingt bindet er alle diese blicke oben an den nackten eisernen haken und saust die glatte stange herunter so dass alle immer noch hinauf sehen als er schon längst schwindelnd und heiß unten steht und mit seltsam glanzlosen augen in seine glühenden handflächen schaut da fragt ihn der eine oder der andere der ihm zunächst stehenden kameraden was denn heute in ihn gefahren sei willst wohl in die erste riege kommen gruber lacht und scheint etwas antworten zu wollen aber er überlegt es sich und senkt schnell die augen und dann als das geräusch und getöse wieder seinen fortgang hat zieht er sich leise in die nische zurück setzt sich nieder schaut ängstlich um sich und holt atem zweimal rasch und lacht wieder und will was sagen aber schon achtet niemand mehr seiner nur jerome der auch in der vierten riege ist sieht dass er wieder seine hände betrachtet ganz darüber gebückt wie einer der bei wenig licht einen brief entziffern will und er tritt nach einer weile zu ihm hin und fragt hast du dir weh getan gruber erschrickt was macht er mit seiner gewöhnlichen in speichel wartenden stimme zeig mal jerome nimmt die eine hand grubers und neigt sie gegen das licht sie ist am ballen ein wenig abgeschürft weißt du ich habe etwas dafür sagt jerome der immer englisches pflaster von zu hause geschickt bekommt komm dann nachher zu mir aber es ist als hätte gruber nicht gehört er schaut geradeaus in den saal hinein aber so als sähe er etwas unbestimmtes vielleicht nicht im saal draußen vielleicht vor den fenstern obwohl es dunkel ist spät und herbst in diesem augenblick schreit der unteroffizier in seiner hochfahrenden art gruber gruber bleibt unverändert nur seine füße die vor ihm ausgestreckt sind gleiten steif und ungeschickt ein wenig auf dem glatten parkett vorwärts gruber brüllt der unteroffizier und die stimme schlägt ihm über dann wartet er eine weile und sagt rasch und heiser ohne den gerufenen anzusehen sie melden sich nach der stunde ich werde ihnen schon und die stunde geht weiter gruber sagt jerome und neigt sich zu dem kameraden der sich immer tiefer in die nische zurücklehnt es war schon wieder an dir zu klettern auf dem strick geh mal versuch's sonst macht dir der jasterski irgendeine geschichte weißt du gruber nickt aber statt aufzustehen schließt er plötzlich die augen und gleitet unter den worten jeromes durch als ob eine welle ihn trüge fort gleitet langsam und lautlos tiefer tiefer gleitet vom sitz und jerome weiß erst was geschieht als er hört wie der kopf grubers hart an das holz des sitzes prallt und dann vornüber fällt gruber ruft er heiser erst merkt es niemand und jerome steht ratlos mit hängenden händen und ruft gruber gruber es fällt ihm nicht ein den anderen aufzurichten da er hält er einen stoß jemand sagt zu ihm scharf ein anderer schiebt ihn fort und er sieht wie sie den reglosen aufheben sie tragen ihn vorbei irgendwohin wahrscheinlich in die kammer nebenan sein kommando schneidet das summen der vielen schwatzenden knaben scharf ab stille man sieht nur da und dort noch bewegungen ein ausschwingen am gerät einen leisen absprung ein verspätetes lachen von einem der nicht weiß um was es sich handelt dann hastige fragen was was wer der gruber wo und immer mehr fragen dann sagt jemand laut ohnmächtig und der zugführer jasterski läuft mit rotem kopf hinter dem oberleutnant her und schreit mit seiner boshaften stimme zitternd vor wut ein simulant herr oberleutnant ein simulant der oberleutnant beachtet ihn gar nicht er sieht gerade aus nagt an seinem schnurrbart wodurch das harte kinn noch eckiger und energischer vortritt und gibt von zeit zu zeit eine knappe anweisung vier zöglinge die gruber tragen und der oberleutnant verschwinden in der kammer gleich darauf kommen die vier zöglinge zurück ein diener läuft durch den saal die vier werden groß angeschaut und mit fragen bedrängt wie sieht er aus was ist mit ihm ist er schon zu sich gekommen keiner von ihnen weiß eigentlich was und da ruft auch schon der oberleutnant herein das turnen möge weitergehen und übergibt dem feldwebel goldstein das kommando also wird weiter geturnt beim barren beim reck und die kleinen dicken leute der dritten riege kriechen mit weitgekretschten beinen über den hohen bock aber doch sind alle bewegungen anders als vorher als hätte ein horchen sich über sie gelegt die schwingungen am reck brechen so plötzlich ab und am barren werden nur lauter kleine übungen gemacht die stimmen sind weniger verworren und ihre summe summt feiner als ob alle immer nur ein wort sagten der kleine schlaue kriegs horcht inzwischen an der kammertür der unteroffizier der zweiten riege jagt ihn davon indem er zu einem schlage auf seinen hintern ausholt kriegs springt zurück katzenhaft mit hinterlistig blitzenden augen er weiß schon genug und nach einer weile als ihn niemand betrachtet gibt er dem pawlowitsch weiter der regimentsarzt ist gekommen nun man kennt ja den pawlowitsch mit seiner ganzen frechheit geht er als hätte ihm irgendwer einen befehl gegeben quer durch den saal von riege zu riege und sagt ziemlich laut der regimentsarzt ist drin und es scheint auch die unteroffiziere interessieren sich für diese nachricht immer häufiger wenden sich die blicke nach der tür immer langsamer werden die übungen und ein kleiner mit schwarzen augen ist oben auf dem bock hocken geblieben und starrt mit offenem mund nach der kammer etwas lähmendes scheint in der luft zu liegen die stärksten bei der ersten riege machen zwar noch einige anstrengungen gehen dagegen an kreisen mit den beinen und pombert der kräftige tiroler biegt seinen arm und betrachtet seine muskeln die sich durch den zwillig hindurch breit und straff ausprägen ja der kleine gelenkige baum schlägt sogar noch einige armwellen und plötzlich ist diese heftige bewegung die einzige im ganzen saal ein großer flimmernder kreis der etwas unheimliches hat inmitten der allgemeinen ruhe und mit einem ruck bringt sich der kleine mensch zum stehen lässt sich einfach unwillig in die knie fallen und macht ein gesicht als ob er alle verachte aber auch seine kleinen stumpfen augen bleiben schließlich an der kammertür hängen jetzt hört man das singen der gasflammen und das gehen der wanduhr und dann schnarrt die glocke die das stundenzeichen gibt fremd und eigentümlich ist heute ihr ton sie hört auch ganz unvermittelt auf unterbricht sich mitten im wort feldwebel goldstein aber kennt seine pflicht er ruft antreten kein mensch hört ihn keiner kann sich erinnern welchen sinn dieses wort besaß vorher wann vorher antreten krächzt der feldwebel böse und gleich schreien jetzt die anderen unteroffiziere ihm nach antreten und auch mancher von den zöglingen sagt wie zu sich selbst wie im schlaf antreten antreten aber im grunde wissen alle daß sie noch etwas abwarten müssen und da geht auch schon die kammertür auf eine weile nichts dann tritt oberleutnant wehl heraus und seine augen sind groß und zornig und seine schritte fest er marschiert wie beim defilieren und sagt heiser antreten mit unbeschreiblicher geschwindigkeit findet sich alles in reihe und glied keiner rührt sich als wenn ein feldzeugmeister da wäre und jetzt das kommando achtung pause und dann trocken und hart euer kamerad gruber ist soeben gestorben herzschlag abmarsch pause und erst nach einer weile die stimme des diensttuenden zöglings klein und leise links um marschieren kompanie marsch ohne schritt und langsam wendet sich der jahrgang zur tür jerome als der letzte keiner sieht sich um die luft aus dem gang kommt kalt und dumpfig den knaben entgegen einer meint es rieche nach karbol pombat macht laut einen gemeinen witz in bezug auf den gestank niemand lacht jerome fühlt sich plötzlich am arm gefasst so angesprungen kriegs hängt daran seine augen glänzen und seine zähne schimmern als ob er beißen wollte ich habe ihn gesehen flüstert er atemlos und presst jeromes arm und ein lachen ist innen in ihm und rüttelt ihn hin und her er kann kaum weiter ganz nackt ist er und eingefallen und ganz lang und an den fußsohlen ist er versiegelt und dann kichert er spitz und kitzlich kichert und beißt sich in den ärmel jeromes hinein ende von die turnstunde ein brief von hugo von hofmannsthal dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2009 ein brief auch brief des lord chandis an francis bacon von hugo von hofmannsthal dies ist der brief den philipp lord chandis jüngerer sohn des earl of bath an francis bacon später lord verulam und wiscount st orbans schrieb um sich bei diesem freunde wegen des gänzlichen verzichtes auf literarische betätigung zu entschuldigen es ist gütig von ihnen mein hochverehrter freund mein zweijähriges stillschweigen zu übersehen und so an mich zu schreiben es ist mehr als gütig ihrer besorgnis um mich ihrer befremdung über die geistige starrenis in der ich ihnen zu versinken scheine den ausdruck der leichtigkeit und des scherzes zu geben den nur große menschen die von der gefährlichkeit des lebens durchdrungen und dennoch nicht entmutigt sind in ihrer gewalt haben sie schließen mit dem aphorisma des hippokrates qui gravi morbo corepti dolores non sentiunt iis mens egrotat und meinen ich bedürfe der medizin nicht nur um mein übel zu bändigen sondern noch mehr um meinen sinn für den zustand meines innern zu schärfen ich möchte ihnen so antworten wie sie es um mich verdienen möchte mich ihnen ganz aufschließen und weiß nicht wie ich mich dazu nehmen soll kaum weiß ich ob ich noch derselbe bin an den ihr kostbarer brief sich wendet bin denn ichs der nun 26 jährige der mit 19 jenen neuen paris jenen traum der dafne jenes epitalamium hinschrieb diese unter dem prunk ihrer worte hintaumelnden schäferspiele deren eine himmlische königin und einige allzu nachsichtige lords und herren sich noch zu entsinnen gnädig genug sind und bin ichs wiederum der mit 23 unter den steinernen lauben des großen platzes von venedig in sich jenes gefüge lateinischer perioden fand dessen geistiger grundriss und aufbau ihn im innern mehr entzückte als die aus dem meer auftauchenden bauten des palladio und sansovin und konnte ich wenn ich anders derselbe bin alle spuren und narben dieser ausgeburt meines angespanntesten denkens so völlig aus meinem unbegreiflichen inneren verlieren daß mich in ihrem brief der vor mir liegt der titel jenes kleinen traktates fremd und kalt anstarrt ja daß ich ihn nicht als ein geläufiges bild zusammengefasster worte sogleich auffassen sondern nur wort für wort verstehen konnte als träten mir diese lateinischen wörter so verbunden zum ersten mal vors auge allein ich bin es ja doch und es ist rhetorik in diesen fragen rhetorik die gut ist für frauen oder für das haus der gemeinen deren von unserer zeit so überschätzte machtmittel aber nicht hinreichen ins innere der dinge zu dringen mein inneres aber muss ich ihnen darlegen eine sonderbarkeit eine unart wenn sie wollen eine krankheit meines geistes wenn sie begreifen sollen daß mich ein eben solcher brückenloser abgrund von den scheinbar vor mir liegenden literarischen arbeiten trennt als von denen die hinter mir sind und die ich so fremd sprechen sie mich an mein eigentum zu nennen zögere ich weiß nicht ob ich mehr die eindringlichkeit ihres wohlwollens oder die unglaubliche schärfe ihres gedächtnisses bewundern soll wenn sie mir die verschiedenen kleinen pläne wieder hervorrufen mit denen ich mich in den gemeinsamen tagen schöner begeisterung trug wirklich ich wollte die ersten regierungsjahre unseres verstorbenen glorreichen souveräns des achten heinrich darstellen die hinterlassenen aufzeichnungen meines großvaters des herzogs von exeter über seine negoziationen mit frankreich und portugal gaben mir eine art von grundlage und aus dem salust floss in jenen glücklichen belebten tagen wie durch nie verstopfte röhren die erkenntnis der form in mich herüber jener tiefen wahren inneren form die jenseits des geheges der rhetorischen kunststücke erst geahnt werden kann die von welcher man nicht mehr sagen kann dass sie das stoffliche anordne denn sie durchdringt es sie hebt es auf und schafft dichtung und wahrheit zugleich ein widerspiel ewiger kräfte ein ding herrlich wie musik und algebra dies war mein lieblingsplan was ist der mensch dass er pläne macht ich spielte auch mit anderen plänen ihr gütiger brief lässt auch diese heraufschweben jedweder vollgesogen mit einem tropfen meines blutes tanzen sie vor mir wie traurige mücken an einer düsteren mauer auf der nicht mehr die grelle sonne der glücklichen tage liegt ich wollte die fabeln und mythischen erzählungen welche die alten uns hinterlassen haben und an denen die maler und bildhauer ein endloses und gedankenloses gefallen finden aufschließen als die hieroglyphen einer geheimen unerschöpflichen weisheit deren anhauch ich manchmal wie hinter einem schleier zu spüren meinte ich entsinne mich dieses planes es lag ihm ich weiß nicht welche sinnliche und geistige lust zugrunde wie der gehetzte hirsch ins wasser sehnte ich mich hinein in diese nackten glänzenden leiber in diese sirenen und dryaden diesen narzissus und proteus perseus und akteon verschwinden wollte ich in ihnen und aus ihnen heraus mit zungen reden ich wollte ich wollte noch vielerlei ich gedachte eine sammlung apophthegmata anzulegen wie deren eine julius caesar verfasst hat sie erinnern die erwähnung in einem brief des cicero hier gedachte ich die merkwürdigsten aussprüche nebeneinander zu setzen welche mir im verkehr mit den gelehrten männern und den geistreichen frauen unserer zeit oder mit besonderen leuten aus dem volk oder mit gebildeten und ausgezeichneten personen auf meinen reisen zu sammeln gelungen wäre damit wollte ich schöne sentenzen und reflexionen aus den werken der alten und der italiener vereinigen und was mir sonst an geistigen zierraten in büchern handschriften oder gesprächen entgegenträte ferner die anordnung besonders schöner feste und aufzüge merkwürdige verbrechen und fälle von raserei die beschreibung der größten und eigentümlichsten bauwerke in den niederlanden in frankreich und italien und noch vieles andere das ganze werk aber sollte den titel nosce te ipsum führen um mich kurz zu fassen mir erschien damals in einer art von andauernder trunkenheit das ganze dasein als eine große einheit geistige und körperliche welt schien mir keinen gegensatz zu bilden ebenso wenig höfisches und tierisches wesen kunst und unkunst einsamkeit und gesellschaft in allem fühlte ich natur in den verirrungen des wahnsinns ebenso wohl wie in den äußersten verfeinerungen eines spanischen zeremoniels in den tölpelhaftigkeiten junger bauern nicht minder als in den süßesten allegorien und in aller natur fühlte ich mich selber wenn ich auf meiner jagdhütte die schäumende laue milch in mich hineintrank die ein struppiger mensch einer schönen sanftäugigen kuh aus dem strotzenden euter in einen holzeimer niedermolk so war mir das nichts anderes als wenn ich in der dem fenster eingebauten bank meines studio sitzend aus einem folianten süße und schäumende nahrung des geistes in mich sog das eine war mir wie das andere keines gab dem andern weder an traumhafter überirdischer natur noch an leiblicher gewalt nach und so ging's fort durch die ganze breite des lebens rechter und linker hand überall war ich mittendrin wurde nie ein scheinhaftes gewahr oder es ahnte mir alles wäre gleichnis und jede kreatur ein schlüssel der anderen und ich fühlte mich wohl den der im stande wäre eine nach der andern bei der krone zu packen und mit ihr so viele der andern aufzusperren als sie aufsperren könnte soweit erklärt sich der titel den ich jenem enzyklopädischen buch zu geben gedachte es möchte dem der solchen gesinnungen zugänglich ist als der wohl angelegte plan einer göttlichen vorsehung erscheinen dass mein geist aus einer so aufgeschwollenen anmaßung in dieses äußerste von kleinmut und kraftlosigkeit zusammen sinken musste welches nun die bleibende verfassung meines inneren ist aber dergleichen religiöse auffassungen haben keine kraft über mich sie gehören zu den spinnennetzen durch welche meine gedanken durchschießen hinaus ins leere während so viele ihrer gefährten dort hängen bleiben und zu einer ruhe kommen mir haben sich die geheimnisse des glaubens zu einer erhabenen allegorie verdichtet die über den feldern meines lebens steht wie ein leuchtender regenbogen in einer stetigen ferne immer bereit zurückzuweichen wenn ich mir einfallen ließe hinzueilen und mich in den saum seines mantels hüllen zu wollen aber mein verehrter freund auch die irdischen begriffe entziehen sich mir in der gleichen weise wie soll ich es versuchen ihnen diese seltsamen geistigen qualen zu schildern dies emporschnellen der fruchtzweige über meinen ausgestreckten händen dies zurückweichen des murmelnden wassers vor meinen dürstenden lippen mein fall ist in kürze dieser es ist mir völlig die fähigkeit abhandengekommen über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen zuerst wurde es mir allmählich unmöglich ein höheres oder allgemeineres thema zu besprechen und dabei jene worte in den mund zu nehmen deren sich doch alle menschen ohne bedenken geläufig zu bedienen pflegen ich empfand ein unerklärliches unbehagen die worte geist seele oder körper nur auszusprechen ich fand es innerlich unmöglich über die angelegenheiten des hofes die vorkommnisse im parlament oder was sie sonst wollen ein urteil herauszubringen und dies nicht etwa aus rücksichten irgendwelcher art denn sie kennen meinen bis zur leichtfertigkeit gehenden freimut sondern die abstrakten worte deren sich doch die zunge naturgemäß bedienen muß um irgendwelches urteil an den tag zu geben zerfielen mir im munde wie modrige pilze es begegnete mir dass ich meiner vierjährigen tochter katharina pompilia eine kindische lüge deren sie sich schulig gemacht hatte verweisen und sie auf die notwendigkeit immer wahr zu sein hinführen wollte und dabei die mir im munde zuströmenden begriffe plötzlich eine solche schillernde färbung annahmen und so ineinander überflossen dass ich den satz so gut es ging zu ende haspelnd so wie wenn mir unwohl geworden wäre und auch tatsächlich bleich im gesicht und mit einem heftigen druck auf der stirn das kind allein ließ die tür hinter mir zuschlug und mich erst zu pferde auf der einsamen hutweide einen guten galopp nehmend wieder einigermaßen herstellte allmählich aber breitete sich diese anfechtung aus wie ein um sich fressender rost es wurden mir auch im familiären und hausbackenen gespräch alle die urteile die leicht hin und mit schlafwandelnder sicherheit abzugeben zu werden pflegen so bedenklich dass ich aufhören musste an solchen gesprächen irgend teilzunehmen mit einem unerklärlichen zorn den ich nur mit mühe notdürftig verbarg erfüllte es mich dergleichen zu hören wie diese sache ist für den oder jenen gut oder schlecht ausgegangen sheriff n ist ein böser prediger t ein guter mensch pächter m ist zu bedauern seine söhne sind verschwender ein anderer ist zu beneiden weil seine töchter haushälterisch sind eine familie kommt in die höhe eine andere ist am hinabsinken dies alles erschien mir so unbeweisbar so lügenhaft so löcherig wie nur möglich mein geist zwang mich alle dinge die in einem solchen gespräch vorkamen in einer unheimlichen nähe zu sehen so wie ich einmal in einem vergrößerungsglas ein stück von der haut meines kleinen fingers gesehen hatte das einem brachfeld mit furchen und höhlen glich so ging es mir nun mit den menschen und handlungen es gelang mir nicht mehr sie mit dem vereinfachenden blick der gewohnheit zu erfassen es zerfiel mir alles in teile die teile wieder in teile und nichts mehr ließ sich mit einem begriff umspannen die einzelnen worte schwammen um mich sie gerannen zu augen die mich anstarten und in die ich wieder hineinstarren muß wirbel sind sie in die hinabzusehen mich schwindelt die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins leere kommt ich machte einen versuch mich aus diesem zustand in die geistige welt der alten hinüber zu retten platon vermied ich denn mir graute vor der gefährlichkeit seines bildlichen fluges am meisten gedachte ich mich an seneca und cicero zu halten an dieser harmonie begrenzter und geordneter begriffe hoffte ich zu gesunden aber ich konnte nicht zu ihnen hinüber diese begriffe ich verstand sie wohl ich sah ihr wundervolles verhältniss spiel vor mir aufsteigen wie herrliche wasserkünste die mit goldenen bellen spielen ich konnte sie umschweben und sehen wie sie zueinander spielten aber sie hatten es nur miteinander zu tun und das tiefste das persönliche meines denkens blieb von ihrem reigen ausgeschlossen es überkam mich unter ihnen das gefühl furchtbarer einsamkeit mir war zu mut wie einem der in einem garten mit lauter augenlosen statuen eingesperrt wäre ich flüchtete wieder ins freie seither führe ich ein dasein das sie fürchte ich kaum begreifen können so geistlos ja gedankenlos fließt es dahin ein dasein das sich freilich von dem meiner nachbarn meiner verwandten oder der meisten landbesitzenden edelleute dieses königreiches kaum unterscheidet und das nicht ganz ohne freudige und belebende augenblicke ist es wird mir nicht leicht ihnen anzudeuten worin diese guten augenblicke bestehen die worte lassen mich wiederum im stich denn es ist ja etwas völlig unbenanntes und auch wohl kaum benennbares das in solchen augenblicken irgendeine erscheinung meiner alltäglichen umgebung mit einer überschwellenden flut höheren lebens wie ein gefäß erfüllend mir sich ankündet ich kann nicht erwarten daß sie mich ohne beispiel verstehen und ich muß sie um nachsicht für die kläglichkeit meiner beispiele bitten eine gießkanne eine auf dem feld verlassene egge ein hund in der sonne ein ärmlicher kirchhof ein krüppel ein kleines bauernhaus alles dies kann das gefäß meiner offenbarung werden jeder dieser gegenstände und die tausend anderen ähnlichen über die sonst ein auge mit selbstverständlicher gleichgültigkeit hinweg gleitet kann für mich plötzlich in irgendeinem moment den herbeizuführen auf keine weise in meiner gewalt steht ein erhabenes und rührendes gepräge annehmen das auszudrücken mir alle worte zu arm scheinen ja es kann auch die bestimmte vorstellung eines abwesenden gegenstandes sein der die unbegreifliche auserwählung zuteil wird mit jener sanft oder jäh steigenden flut göttlichen gefühles bis an den rand gefüllt zu werden so hatte ich unlängst den auftrag gegeben den ratten in den milchkellern eines meiner meierhöfe ausgiebig gift zu streuen ich ritt gegen abend aus und dachte wie sie vermuten können nicht weiter an diese sache da wie ich im tiefen aufgeworfenen ackerboden schritt reite nichts schlimmeres in meiner nähe als eine aufgescheuchte wachtelbrut und in der ferne über den welligen feldern die große sinkende sonne tut sich mir im innern plötzlich dieser keller auf erfüllt mit dem todeskampf dieses volks von ratten alles war in mir die mit dem süßlich scharfen geruch des giftes angefüllte kühl dumpfe kellerluft und das gellen der todesschreie die sich an modrigen mauern brachen diese ineinander gekneulten krämpfe der ohnmacht durcheinander hinjagenden verzweiflungen das wahnwitzige suchen der ausgänge der kalte blick der wut wenn zwei einander an der verstopften ritze begegnen aber was versuche ich wiederum worte die ich verschworen habe sie entsinnen sich mein freund der wundervollen schilderung von den stunden die der zerstörung von alba longa vorhergehen aus dem livius wie sie die straßen durchirren die sie nicht mehr sehen sollen wie sie von den steinen des bodens abschied nehmen ich sage ihnen mein freund dieses trug ich in mir und das brennende karthago zugleich aber es war mehr es war göttlicher tierischer und es war gegenwart die vollste erhabenste gegenwart da war eine mutter die ihre sterbenden jungen um sich zucken hatte und nicht auf die verendenden nicht auf die unerbittlichen steinernen mauern sondern in die leere luft oder durch die luft ins unendliche hin blicke schickte und diese blicke mit einem knirschen begleitete wenn ein dienender sklave voll ohnmächtigen schauders in der nähe der erstarrenden niobe stand der muss das durchgemacht haben was ich durchmachte als in mir die seele dieses tieres gegen das ungeheure verhängnis die zähne blickte vergeben sie mir diese schilderung aber denken sie nicht dass es mitleid war was mich erfüllte das dürfen sie ja nicht denken sonst hätte ich mein beispiel ungeschickt gewählt es war viel mehr und viel weniger als mitleid ein ungeheures anteil nehmen ein hinüberfließen in jene geschöpfe oder ein fühlen das ein fluidum des lebens und todes des traumes und wachens für einen augenblick in sie hinübergeflossen ist von woher denn was hätte es mit mitleid zu tun was mit begreiflicher menschlicher gedankenverknüpfung wenn ich an einem anderen abend unter einem nussbaum eine halbvolle gießkanne finde die ein gärtner bursche dort vergessen hat und wenn mich diese gießkanne und das wasser in ihr das vom schatten des baumes finster ist und ein schwimmkäfer der auf dem spiegel dieses wassers von einem dunklen ufer zum andern rudert wenn diese zusammensetzung von nichtigkeiten mich mit einer solchen gegenwart des unendlichen durchschauert von den wurzeln der haare bis ins mark der fersen mich durchschauert dass ich in worte ausbrechen möchte von denen ich weiß fände ich sie so würden sie jene cherubim an die ich nicht glaube niederzwingen und daß ich dann von jener stelle schweigend mich wegkehre und nun nach wochen wenn ich dieses nussbaums ansichtig werde mit scheuem seitlichen blick daran vorübergehe weil ich das nachgefühl des wundervollen das dort um den stamm weht nicht verscheuchen will nicht vertreiben die mehr als irdischen schauer die um das buschwerk in jener nähe immer noch nach wogen in diesen augenblicken wird eine nichtige kreatur ein hund eine ratte ein käfer ein verkrümmter apfelbaum ein sich über den hügel schlängelnder karrenweg ein moosbewachsener stein mir mehr als die schönste hingebenste geliebte der glücklichsten nacht mir je gewesen ist diese stummen und manchmal unbelebten kreaturen heben sich mir mit einer solchen fülle einer solchen gegenwart der liebe entgegen das mein beglücktes auge auch ringsum auf keinen toten fleck zu fallen vermag es erscheint mir alles was es gibt alles dessen ich mich entsinne alles was meine verworrensten gedanken berühren etwas zu sein auch die eigene schwere die sonstige dumpfheit meines hirnes erscheint mir als etwas ich fühle ein entzückendes schlechthin unendliches widerspiel in mir und um mich und es gibt unter den gegeneinander spielenden materien keine in die ich nicht hinüber zu fließen vermöchte es ist mir dann als bestünde mein körper aus lauter schiffern die mir alles aufschließen oder als könnten wir in ein neues ahnungsvolles verhältnis zum ganzen dasein treten wenn wir anfingen mit dem herzen zu denken fällt aber diese sonderbare bezauberung von mir ab so weiß ich nichts darüber auszusagen ich könnte dann ebenso wenig in vernünftigen worten darstellen worin diese mich und die ganze welt durchwebende harmonie bestanden und wie sie sich mir fühlbar gemacht habe als ich ein genaueres über die inneren bewegungen meiner eingeweide oder die stauungen meines blutes anzugeben vermöchte von diesen sonderbaren zufällen abgesehen von denen ich übrigens kaum weiß ob ich sie dem geist oder dem körper zurechnen soll lebe ich ein leben von kaum glaublicher innerer leere und habe mühe die starre meines innern vor meiner frau und vor meinen leuten die gleichgültigkeit zu verbergen welche mir die angelegenheiten des besitzes einflößen die gute und strenge erziehung welche ich meinem seligen vater verdanke und die frühzeitige gewöhnung keine stunde des tages unausgefüllt zu lassen sind es scheint mir allein welche meinem leben nach außen hin einen genügenden halt und den meinem stande und meiner person angemessenen anschein bewahren ich baue einen flügel meines hauses um und bringe es zustande mich mit dem architekten hier und da über die fortschritte seiner arbeit zu unterhalten ich bewirtschafte meine güter und meine pächter und beamten werden mich wohl etwas wortkarger aber nicht ungütiger als früher finden keiner von ihnen der mit abgezogener mütze vor seiner haustür steht wenn ich abends vorbeireite wird eine ahnung haben dass mein blick den er respektvoll aufzufangen gewohnt ist mit stiller sehnsucht über die morschen bretter hinstreicht unter denen er nach regenwürmern zum angeln zu suchen pflegt durchs enge vergitterte fenster in die dumpfe stube taucht wo in der ecke das niedrige bett mit bunten laken immer auf einen zu warten scheint der sterben will oder auf einen der geboren werden soll dass mein auge lange an den hässlichen jungen hunden hängt oder an der katze die geschmeidig zwischen blumenscherben durchkriecht und dass es unter allen den ärmlichen und plumpen gegenständen einer bäurischen lebensweise nach jenem einen sucht dessen unscheinbare form dessen von niemand beachtetes daliegen oder lehnen dessen stumme wesenheit zur quelle jenes rätselhaften wortlosen schrankenlosen entzückens werden kann denn mein unbenanntes seliges gefühl wird eher aus einem fernen einsamen hirtenfeuer mir hervorbrechen als aus dem zirpen einer letzten dem todennahen grille wenn schon der herbstwind winterliche wolken über die öden felder hintreibt als aus dem majestätischen dröhnen der orgel und ich vergleiche mich manchmal in gedanken mit jenem krassus dem redner von dem berichtet wird daß er eine zahme muräne einen dumpfen rotäugigen stummen fisch seines zierteiches so über alle maßen lieb gewann daß es zum stadtgespräch wurde und als ihm einmal im senat domitius vorwarf er habe über den tod dieses fisches tränen vergossen und ihn dadurch als einen halben narren hinstellen wollte gab ihm krassus zur antwort so habe ich beim tod meines fisches getan was ihr weder bei eurer ersten noch eurer zweiten frau tot getan habt ich weiß nicht wie oft mir dieser krassus mit seiner muräne als ein spiegelbild meiner selbst über den abgrund der jahrhunderte hergeworfen in den sinn kommt nicht aber wegen dieser antwort die er dem domitius gab die antwort brachte die lacher auf seine seite so daß die sache in einen witz aufgelöst war mir aber geht die sache nahe die sache welche dieselbe geblieben wäre auch wenn domitius um seine frauen blutige tränen des aufrichtigsten schmerzes geweint hätte dann stünde ihm noch immer krassus gegenüber mit seinen tränen um die muräne und über diese figur deren lächerlichkeit und verächtlichkeit mitten in einem die erhabensten dinge beratenden weltbeherrschenden senat so ganz ins auge springt über diese figur zwingt mich ein unnennbares etwas in einer weise zu denken die mir vollkommen töricht erscheint im augenblick wo ich versuche sie in worten auszudrücken das bild dieses krassus ist zuweilen nachts in meinem hirn wie ein eingeschlagener nagel um den herum alles schwert pulst und kocht es ist mir dann als geriete ich selber in gärung würfe blasen auf walte und funkelte und das ganze ist eine art fieberisches denken aber denken in einem material das unmittelbarer flüssiger glühender ist als worte es sind gleichfalls wirbel aber solche die nicht wie die worte der sprache ins bodenlose zu führen scheinen sondern irgendwie in mich selber und in den tiefsten schoß des friedens ich habe sie mein verehrter freund mit dieser ausgebreiteten schilderung eines unerklärlichen zustandes der gewöhnlich in mir verschlossen bleibt über gebühr belästigt sie waren so gütig ihre unzufriedenheit darüber zu äußern dass kein von mir verfasstes buch mehr zu ihnen kommt sie für das entbehren meines umgangs zu entschädigen ich fühlte in diesem augenblick mit einer bestimmtheit die nicht ganz ohne ein schmerzliches beigefühl war dass ich auch im kommenden und im folgenden und in allen jahren dieses meines lebens kein englisches und kein lateinisches buch schreiben werde und dies aus einem grund dessen mir peinliche seltsamkeit mit ungeblendetem blick dem vor ihnen harmonisch ausgebreiteten reiche der geistigen und leiblichen erscheinungen an seiner stelle ein zu ordnen ich ihrer unendlichen geistigen überlegenheit überlasse nämlich weil die sprache in welcher nicht nur zu schreiben sondern auch zu denken mir vielleicht gegeben wäre weder die lateinische noch die englische noch die italienische oder spanische ist sondern eine sprache in welcher die stummen dinge zuweilen zu mir sprechen und in welcher ich vielleicht einst im grabe vor einem unbekannten richter mich verantworten werde ich wollte es wäre mir gegeben in die letzten worte dieses voraussichtlich letzten briefes den ich an francis bacon schreibe alle die liebe und dankbarkeit alle die ungemessene bewunderung zusammenzupressen die ich für den größten wohltäter meines geistes für den ersten engländer meiner zeit im herzen hege und darin hegen werde bis der tod es bersten macht anno domini 1603 diesen 22 august philip chandis ende von ein brief über den grund des vergnügens an tragischen gegenständen von friedrich schiller dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2009 über den grund des vergnügens an tragischen gegenständen von friedrich schiller wie sehr auch einige neuere ästhetiker sich zum geschäft machen die künste der phantasie und empfindung gegen den allgemeinen glauben dass sie auf vergnügen abzwecken wie gegen einen herabsetzenden vorwurf zu verteidigen so wird dieser glaube dennoch nach wie vor auf seinem festen grunde bestehen und die schönen künste werden ihren althergebrachten und unabstreitbaren und wohltätigen beruf nicht gern mit einem neuen vertauschen zu welchem man sie großmütig erhöhen will unbesorgt dass ihre auf unser vergnügen abzielende bestimmung sie erniedrige werden sie vielmehr auf den vorzug stolz sein dasjenige unmittelbar zu leisten was alle übrigen richtungen und tätigkeiten des menschlichen geistes nur mittelbar erfüllen dass der zweck der natur mit dem menschen seine glückseligkeit sei wenn auch der mensch selbst in seinem moralischen handeln von diesem zwecke nichts wissen soll wird wohl niemand bezweifeln der überhaupt nur einen zweck in der natur annimmt mit dieser also oder vielmehr mit ihrem urheber haben die schönen künste ihren zweck gemein vergnügen auszuspenden und glückliche zu machen spielend verleihen sie was ihre ernstern schwestern uns erst mühsam erringen lassen sie verschenken was dort erst der sauer erworbene preis vieler anstrengungen zu sein pflegt mit anspannendem fleiße müssen wir die vergnügungen des verstandes mit schmerzhaften opfern die billigung der vernunft die freuden der sinne durch harte entbehrungen erkaufen oder das übermaß derselben durch eine kette von leiden büßen die kunst allein gewährt uns genüsse die nicht erst abverdient werden dürfen die kein opfer kosten die durch keine reue erkauft werden wer wird aber das verdienst auf diese art zu ergötzen mit dem armseligen verdienst zu belustigen in eine klasse setzen wer sich einfallen lassen der schönen kunst bloß deswegen jenen zweck abzusprechen weil sie über diesen erhaben ist die wohlgemeinte absicht das moralisch gute überall als höchsten zweck zu verfolgen die in der kunst schon so manches mittelmäßige erzeugte und in schutz nahm hat auch in der theorie einen ähnlichen schaden angerichtet um den künsten einen recht hohen rang anzuweisen um ihnen die gunst des staats die ehrfurcht aller menschen zu erwerben vertreibt man sie aus ihrem eigentümlichen gebiet um ihnen einen beruf aufzudringen der ihnen fremd und ganz unnatürlich ist man glaubt ihnen einen großen dienst zu erweisen indem man ihnen anstatt des frivolen zwecks zu ergötzen einen moralischen unterschiebt und ihr so sehr in die augen fallender einfluss auf die sittlichkeit muss diese behauptung unterstützen man findet es widersprechend dass dieselbe kunst die den höchsten zweck der menschheit in so großem maße befördert nur beiläufig diese wirkung leisten und einen so gemeinen zweck wie man sich das vergnügen denkt zu ihrem letzten augenmerk haben sollte aber diesen anscheinenden widerspruch würde wenn wir sie hätten eine bündige theorie des vergnügens und eine vollständige philosophie der kunst sehr leicht zu heben im stande sein aus dieser würde sich ergeben dass ein freies vergnügen so wie die kunst es hervorbringt durchaus auf moralischen bedingungen beruhe dass die ganze sittliche natur des menschen dabei tätig sei aus ihr würde sich ferner ergeben dass die hervorbringt dieses vergnügens ein zweck sei der schlechterdings nur durch moralische mittel erreicht werden könne dass also die kunst um das vergnügen als ihren wahren zweck vollkommen zu erreichen durch die moralität ihren weg nehmen müsse für die würdigung der kunst ist es aber vollkommen einerlei ob ihr zweck ein moralischer sei oder ob sie ihren zweck nur durch moralische mittel erreichen könne denn in beiden fällen hat sie es mit der sittlichkeit zu tun und muss mit dem sittlichen gefühl im engsten einverständnis handeln aber für die vollkommenheit der kunst ist es nichts weniger als einerlei welches von beiden ihr zweck und welches das mittel ist ist der zweck selbst moralisch so verliert sie das wodurch sie allein mächtig ist ihre freiheit und das wodurch sie so allgemein wirksam ist den reiz des vergnügens das spiel verwandelt sich in ein ernsthaftes geschäft und doch ist es gerade das spiel wodurch sie das geschäft am besten vollführen kann nur indem sie ihre höchste ästhetische wirkung erfüllt wird sie einen wohltätigen einfluss auf die sittlichkeit haben aber nur indem sie ihre völlige freiheit ausübt kann sie ihre höchste ästhetische wirkung erfüllen es ist ferner gewiss dass jedes vergnügen insofern es aus sittlichen quellen fließt den menschen sittlich verbessert und dass hier die wirkung wieder zur ursache werden muss die lust am schönen am rührenden am erhabenen stärkt unsere moralischen gefühle wie das vergnügen am wohltun an der liebe und sofort alle diese neigungen stärkt ebenso wie ein vergnügter geist das gewisse los eines sittlich vortrefflichen menschen ist so ist sittliche vortrefflichkeit gern die begleiterin eines vergnügten gemüts die kunst wirkt also nicht deswegen allein sittlich weil sie durch sittliche mittel ergötzt sondern auch deswegen weil das vergnügen selbst das die kunst gewährt ein mittel zur sittlichkeit wird die mitte wodurch die kunst ihren zweck erreicht sind so vielfach als es überhaupt quellen eines freien vergnügens gibt frei aber nenne ich dasjenige vergnügen wobei die geistigen kräfte vernunft und einbildungskraft tätig sind und wo die empfindung durch eine vorstellung erzeugt wird im gegensatz von dem physischen oder sinnlichen vergnügen wobei die seele einer blinden naturnotwendigkeit unterworfen wird und die empfindung unmittelbar auf ihre physische ursache erfolgt die sinnliche lust ist die einzige die vom gebiet der schönen kunst ausgeschlossen wird und eine geschicklichkeit die sinnliche lust zu erwecken kann sich nie oder als dann nur zur kunst erheben wenn die sinnlichen eindrücke nach einem kunstplan geordnet verstärkt oder gemäßigt werden und diese planmäßigkeit durch die vorstellung erkannt wird aber auch in diesem fall wäre nur dasjenige an ihr kunst was der gegenstand eines freien vergnügens ist nämlich der geschmack in der anordnung der unsern verstand ergötzt nicht die physischen reize selbst die nur unsere sinnlichkeit vergnügen die allgemeine quelle jedes auch des sinnlichen vergnügens ist zweckmäßigkeit das vergnügen ist sinnlich wenn die zweckmäßigkeit nicht durch die vorstellungskraft erkannt wird sondern bloß durch das gesetz der notwendigkeit die empfindung des vergnügens zur physischen folge hat so erzeugt eine zweckmäßige bewegung des bluts und der lebensgeister in einzelnen organen oder in der ganzen maschine die körperliche lust mit allen ihren arten und modifikationen wir fühlen diese zweckmäßigkeit durch das medium der angenehmen empfindung aber wir gelangen zu keiner weder klaren noch verworrenen vorstellung von ihr das vergnügen ist frei wenn wir uns die zweckmäßigkeit vorstellen und die angenehme empfindung die vorstellung begleitet alle vorstellungen also wodurch wir über einstimmung und zweckmäßigkeit erfahren sind quellen eines freien vergnügens und insofern fähig von der kunst zu dieser absicht gebraucht zu werden sie erschöpfen sich in folgenden klassen gut wahr vollkommen schön rührend erhaben das gute beschäftigt unsere vernunft das wahre und vollkommene den verstand das schöne den verstand mit der einbildungskraft das rührende und erhabene die vernunft mit der einbildungskraft zwar ergötzt auch schon der reiz oder die zur tätigkeit aufgeforderte kraft aber die kunst bedient sich des reizes nur um die höheren gefühle der zweckmäßigkeit zu begleiten allein betrachtet verliert er sich unter die lebensgefühle und die kunst verschmäht ihn wie alle sinnlichen lüste die verschiedenheit der quellen aus welchen die kunst das vergnügen schöpft das sie uns gewähret kann für sich allein zu keiner einteilung der künste berechtigen da in derselben kunstklasse mehrere ja oft alle arten des vergnügens zusammenfließen können aber insofern eine gewisse art derselben als hauptzweck verfolgt wird kann sie wenn gleich nicht eine eigene klasse doch eine eigene ansicht der kunstwerke gründen so zum beispiel könnte man diejenigen künste welche den verstand und die einbildungskraft vorzugsweise befriedigen diejenigen also die das wahre das vollkommene das schöne zu ihrem hauptzweck machen unter dem namen der schönen künste künste des geschmacks künste des verstandes begreifen diejenigen hingegen die die einbildungskraft mit der vernunft vorzugsweise beschäftigen also das gute das erhabene und rührende zu ihrem hauptgegenstand haben unter dem namen der rührenden künste künste des gefühls des herzens in eine besondere klasse vereinigen zwar ist es unmöglich das rührende von dem schönen durchaus zu trennen aber sehr gut kann das schöne ohne das rührende bestehen wenn also gleich diese verschiedene ansicht zu keiner vollkommenen einteilung der freien künste berechtigt so dient sie wenigstens dazu die prinzipien zu beurteilung derselben näher anzugeben und der verwirrung vorzubeugen welche unvermeidlich einreißen muss wenn man bei einer gesetzgebung in ästhetischen dingen die ganz verschiedenen felder des rührenden und des schönen verwechselt das rührende und erhabene kommen darin überein dass sie lust durch unlust hervorbringen dass sie uns also da die lust aus zweckmäßigkeit der schmerz aber aus dem gegenteil entspringt eine zweckmäßigkeit zu empfinden geben die eine zweckwidrigkeit voraussetzt das gefühl des erhabenen besteht einerseits aus dem gefühl unserer ohnmacht und begrenzung einen gegenstand zu umfassen andererseits aber aus dem gefühl unserer übermacht welche vor keinen grenzen erschrickt und dasjenige sich geistig unterwirft dem unsere sinnlichen kräfte unterliegen der gegenstand des erhabenen widerstreitet also unserem sinnlichen vermögen und diese unzweckmäßigkeit muss uns notwendig unlust erwecken aber sie wird zugleich eine veranlassung ein anderes vermögen in uns zu unserem bewusstsein zu bringen welches demjenigen woran die einbildungskraft erliegt überlegen ist ein erhabener gegenstand ist also eben dadurch dass er der sinnlichkeit widerstreitet zweckmäßig für die vernunft und ergötzt durch das höhere vermögen indem er durch das niedrigere schmerzt rührung in seiner strengen bedeutung bezeichnet die gemischte empfindung des leidens und der lust an dem leiden rührung kann man also nur dann über eigenes unglück empfinden wenn der schmerz über dasselbe gemäßigt genug ist um der lustraum zu lassen die etwa ein mitleiden der zuschauer dabei empfindet der verlust eines großen guts schlägt uns heute zu boden und unser schmerz rührt den zuschauer in einem jahre erinnern wir uns dieses leidens selbst der schwache ist jederzeit ein raub seines schmerzens der held und der weise werden vom höchsten eigenen unglück nur gerührt rührung enthält ebenso wie das gefühl des erhabenen zwei bestandteile schmerz und vergnügen also hier wie dort liegt der zweckmäßigkeit eine zweckwidrigkeit zugrunde so scheint es eine zweckwidrigkeit in der natur zu sein dass der mensch leidet der doch nicht zum leiden bestimmt ist und diese zweckwidrigkeit tut uns wehe aber dieses wehetun der zweckwidrigkeit ist zweckmäßig für unsere vernünftige natur überhaupt und insofern es uns zur tätigkeit auffordert zweckmäßig für die menschliche gesellschaft wir müssen also über die unlust selbst welche das zweckwidrige in uns erregt notwendig lust empfinden weil jene unlust zweckmäßig ist um zu bestimmen ob bei einer rührung die lust oder die unlust hervorstechen werde kommt es darauf an ob die vorstellung der zweckwidrigkeit oder die der zweckmäßigkeit die oberhand behält dies kann nur entweder von der menge der zwecke die erreicht oder verletzt werden oder von ihrem verhältnis zu dem letzten zweck aller zwecke abhängen das leiden des tugendhaften rührt uns schmerzhafter als das leiden des lasterhaften weil dort nicht nur dem allgemeinen zweck der menschen glücklich zu sein sondern auch dem besonderen das die tugend glücklich mache hier aber nur dem ersten widersprochen wird hingegen schmerzt uns das glück des bösewichts auch weit mehr als das unglück des tugendhaften weil erstlich das laster selbst und zweitens die belohnung des lasters eine zweckwidrigkeit enthalten außerdem ist die tugend weit mehr geschickt sich selbst zu belohnen als das glückliche laster sich zu bestrafen eben deswegen wird der rechtschaffene im unglück weit eher der tugend getreu bleiben als der lasterhafte im glück zur tugend umkehren vorzüglich aber kommt es bei bestimmung des verhältnisses der lust zu der unlust in rührungen darauf an ob der verletzte zweck den erreichten oder der erreichte den der verletzt wird an wichtigkeit übertreffen keine zweckmäßigkeit geht uns so nah an als die moralische und nichts geht über die lust die wir über diese empfinden die naturzweckmäßigkeit könnte noch immer problematisch sein die moralische ist uns erwiesen sie allein gründet sich auf unsere vernünftige natur und auf innere notwendigkeit sie ist uns die nächste die wichtigste und zugleich die erkennbarste weil sie durch nichts von außen sondern durch ein inneres prinzip unserer vernunft bestimmt wird sie ist das palladium unserer freiheit diese moralische zweckmäßigkeit wird am lebendigsten erkannt wenn sie im widerspruch mit andern die oberhand behält nur dann erweist sich die ganze macht des sittengesetzes wenn es mit allen übrigen naturkräften im streit gezeigt wird und alle neben ihm ihre gewalt über ein menschliches herz verlieren unter diesen naturkräften ist alles begriffen was nicht moralisch ist alles was nicht unter der höchsten gesetzgebung der vernunft stehet also empfindungen triebe affekte leidenschaften so gut als die physische notwendigkeit je furchtbarer die gegner desto glorreicher der sieg der widerstand allein kann die kraft sichtbar machen aus diesem folgt dass das höchste bewusstsein unserer moralischen natur nur in einem gewaltsamen zustande im kampfe erhalten werden kann und dass das höchste moralische vergnügen jederzeit von schmerz begleitet sein wird diejenige dichtungsart also welche uns die moralische lust in vorzüglichem grade gewährt muss sich eben deswegen der gemischten empfindungen bedienen und uns durch den schmerz ergötzen dies tut vorzugsweise die tragödie und ihr gebiet umfasst alle mögliche fälle in denen irgendeine naturzweckmäßigkeit einer moralischen oder auch eine moralische zweckmäßigkeit der anderen die höher ist aufgeopfert wird es wäre vielleicht nicht unmöglich nach dem verhältnis in welchem die moralische zweckmäßigkeit im widerspruch mit der anderen erkannt und empfunden wird eine stufenleiter des vergnügens von der untersten bis zur höchsten hinauf zu führen und den grad der angenehmen oder schmerzhaften rührung a priori aus dem prinzip der zweckmäßigkeit bestimmt anzugeben ja vielleicht ließen sich aus eben diesem prinzip bestimmte ordnungen der tragödie ableiten und alle mögliche klassen derselben a priori in einer vollständigen tafel erschöpfen so dass man imstande wäre jeder gegebenen tragödie ihren platz anzuweisen und den grad sowohl als die art der rührung im voraus zu berechnen über den sie sich vermöge ihrer spezies nicht erheben kann aber dieser gegenstand bleibt einer eigenen erörterung vorbehalten wie sehr die vorstellung der moralischen zweckmäßigkeit der naturzweckmäßigkeit in unserem gemüt vorgezogen werde wird aus einzelnen beispielen einleuchtend zu erkennen sein wenn wir hyon und amanda an den marterpfahl gebunden sehen beide aus freier wahl bereit lieber den fürchterlichen feuertod zu sterben als durch untreue gegen das geliebte sich einen thron zu erwerben was macht uns wohl diesen auftritt zum gegenstand eines so himmlischen vergnügens der widerspruch ihres gegenwärtigen zustands mit dem lachenden schicksale das sie verschmähten die anscheinende zweckwidrigkeit der natur welche tugend mit elend belohnt die naturwidrige verleugnung der selbstliebe und so fort sollten uns da sie so viele vorstellungen von zweckwidrigkeit in unsere seele rufen mit dem empfindlichsten schmerz erfüllen aber was kümmert uns die natur mit allen ihren zwecken und gesetzen wenn sie durch ihre zweckwidrigkeit eine veranlassung wird uns die moralische zweckmäßigkeit in uns in ihrem vollesten lichte zu zeigen die erfahrung von der siegenden macht des sittlichen gesetzes die wir bei diesem anblick machen ist ein so hohes und so wesentliches gut dass wir sogar versucht werden uns mit dem übel auszusöhnen dem wir es zu verdanken haben übereinstimmung im reich der freiheit ergötzt uns unendlich mehr als alle widersprüche in der natürlichen welt uns zu betrüben vermögen wenn coriolan von der gatten und kindes und bürgerpflicht besiegt das schon so gut als eroberte rom verlässt seine rache unterdrückt sein herr zurückführt und sich dem hass eines eifersüchtigen nebenbuhlers zum opfer dahin gibt so begeht er offenbar eine sehr zweckwidrige handlung er verliert durch diesen schritt nicht nur die frucht aller bisherigen siege sondern rennt auch vorsätzlich seinem verderben entgegen aber wie trefflich wie unaussprechlich groß ist es auf der anderen seite den gröbsten widerspruch mit der neigung einem widerspruch mit dem sittlichen gefühl kühn vorzuziehen und auf solche art dem höchsten interesse der sinnlichkeit entgegen gegen die regeln der klugheit zu verstoßen um nur mit der höheren moralischen pflicht übereinstimmend zu handeln jede aufopferung des lebens ist zweckwidrig denn das leben ist die bedingung aller güter aber aufopferung des lebens in moralischer absicht ist in hohem grad zweckmäßig denn das leben ist nie für sich selbst nie als zweck nur als mittel zur sittlichkeit wichtig tritt also ein fall ein wo die hingebung des lebens ein mittel zur sittlichkeit wird so muss das leben der sittlichkeit nachstehen es ist nicht nötig dass ich lebe aber es ist nötig dass ich rom vor dem hunger schütze sagt der große pompeius da er nach afrika schiffen soll und seine freunde ihm anliegen seine abfahrt zu verschieben bis der seesturm vorüber sei aber das leiden eines verbrechers ist nicht weniger tragisch ergötzend als das leiden des tugendhaften und doch erhalten wir hier die vorstellung einer moralischen zweckwidrigkeit der widerspruch seiner handlung mit dem sittengesetz sollte uns mit unwillen die moralische unvollkommenheit die eine solche art zu handeln voraussetzt mit schmerz erfüllen wenn wir auch das unglück der schuldlosen nicht einmal in anschlag brächten die das opfer davon werden hier ist keine zufriedenheit mit der moralität der personen die uns für den schmerz zu entschädigen vermöchte den wir über ihr handeln und leiden empfinden und doch ist beides ein sehr dankbarer gegenstand für die kunst bei dem wir mit hohem wohlgefallen verweilen es wird nicht schwer sein diese erscheinung mit dem bisher gesagten in übereinstimmung zu zeigen nicht allein der gehorsam gegen das sittengesetz gibt uns die vorstellung moralischer zweckmäßigkeit auch der schmerz über verletzung desselben tut es die traurigkeit welche das bewusstsein moralischer unvollkommenheit erzeugt ist zweckmäßig weil sie der zufriedenheit gegenüber steht die das moralische recht tun begleitet reue selbstverdammung selbst in ihrem höchsten grad in der verzweiflung sind moralisch erhaben weil sie nimmermehr empfunden werden könnten wenn nicht tief in der brust des verbrechers ein unbestechliches gefühl für recht und unrecht wachte und seine aussprüche selbst gegen das feurigste interesse der selbstliebe geltend machte reue über eine tat entspringt aus der vergleichung derselben mit dem sittengesetz und ist missbilligung dieser tat weil sie dem sittengesetz widerstreitet also muss im augenblick der reue das sittengesetz die höchste instanz im gemüt eines solchen menschen sein es muss ihm wichtiger sein als selbst der preis des verbrechens weil das bewusstsein des beleidigten sittengesetzes ihm den genuss dieses preises vergällt der zustand eines gemüts aber in welchem das sittengesetz für die höchste instanz erkannt wird ist moralisch zweckmäßig also eine quelle moralischer lust und was kann auch erhabener sein als jene heroische verzweiflung die alle güter des lebens die das leben selbst in den staub tritt weil sie die missbilligende stimme ihres innern richters nicht ertragen und nicht übertäuben kann ob der tugendhafte sein leben freiwillig dahin gibt um dem sittengesetz gemäß zu handeln oder ob der verbrecher unter dem zwange des gewissens sein leben mit eigener hand zerstört um die übertretung jenes gesetzes an sich zu bestrafen so steigt unsere achtung für das sittengesetz zu einem gleich hohen grad empor und wenn ja noch ein unterschied stattfände so würde er vielmehr zum vorteil des letztern ausfallen da das beglückende bewusstsein des rechthandelns dem tugendhaften seine entschließung doch einigermaßen konnte erleichtert haben und das sittliche verdienst an einer handlung gerade um ebenso viel abnimmt als neigung und lust daran anteil haben reue und verzweiflung über ein begangenes verbrechen zeigen uns die macht des sittengesetzes nur später nicht schwächer es sind gemälde der erhabensten sittlichkeit nur in einem gewaltsamen zustand entworfen ein mensch der wegen einer verletzten moralischen pflicht verzweifelt tritt eben dadurch zum gehorsam gegen dieselbe zurück und je furchtbarer seine selbstverdammung sich äußert desto mächtiger sehen wir das sittengesetz ihm gebieten aber es gibt fälle wo das moralische vergnügen nur durch einen moralischen schmerz erkauft wird und dies geschieht wenn eine moralische pflicht übertreten werden muss um einer höheren und allgemeiner desto gemäßer zu handeln wäre coriolan anstatt seine eigene vaterstadt zu belagern vor antium oder corioli mit einem römischen heere gestanden wäre seine mutter eine volkszieherin gewesen und ihre bitten hätten die nämliche wirkung auf ihn gehabt so würde dieser sieg der kindespflicht den entgegengesetztesten eindruck auf uns machen der ehrerbietung gegen die mutter stände dann die weit höhere bürgerliche verbindlichkeit entgegen welche im kollisionsfall vor jener den vorzug verdient jener kommandant dem die wahl gelassen wird entweder die stadt zu übergeben oder seinen gefangenen sohn vor seinen augen durch bord zu sehen wählt ohne bedenken das letztere weil die pflicht gegen sein kind der pflicht gegen sein vaterland billig untergeordnet ist es empört zwar im ersten augenblick unser herz dass ein vater dem naturtriebe und der vaterpflicht so widersprechend handelt aber es reißt uns bald zu einer süßen bewunderung hin dass sogar ein moralischer antrieb und wenn er sich selbst mit der neigung gattet die vernunft in ihrer gesetzgebung nicht irre machen kann wenn der korinther timoleon einen geliebten aber ehrsüchtigen bruder timofanes ermorden lässt weil seine meinung von patriotischer pflicht ihn zur vertilgung alles dessen was die republik in gefahr setzt verbindet so sehen wir ihn zwar nicht ohne entsetzen und abscheu diese naturwidrige dem moralischen gefühl so sehr widerstreitende handlung begehen aber unser abscheu löst sich bald in die höchste achtung der heroischen tugend auf die ihre aussprüche gegen jeden fremden einfluss der neigung behauptet und im stürmischen widerstreit der gefühle ebenso frei und ebenso richtig als im zustand der höchsten ruhe entscheidet wir können über republikanische pflicht mit timoleon ganz verschieden denken das ändert an unserem wohlgefallen nichts vielmehr sind es gerade solche fälle wo unser verstand nicht auf der seite der handelnden person ist an welchen man erkennt wie sehr wir pflichtmäßigkeit über zweckmäßigkeit einstimmung mit der vernunft über die einstimmung mit dem verstande erheben über keine moralische erscheinung aber wird das urteil der menschen so verschieden ausfallen als gerade über diese und der grund dieser verschiedenheit darf nicht weit gesucht werden der moralische sinn liegt zwar in allen menschen aber nicht bei allen in derjenigen stärke und freiheit wie er bei beurteilung dieser fälle vorausgesetzt werden muss für die meisten ist es genug eine handlung zu billigen weil ihre einstimmung mit dem sittengesetz leicht gefasst wird und eine andere zu verwerfen weil ihr widerstreit mit diesem gesetz in die augen leuchtet aber ein heller verstand und eine von jeder naturkraft also auch von moralischen trieben insofern sie instinktartig wirken unabhängige vernunft wird erfordert die verhältnisse moralischer pflichten zu dem höchsten prinzip der sittlichkeit richtig zu bestimmen daher wird die nämliche handlung in welcher einige wenige die höchste zweckmäßigkeit erkennen dem großen haufen als ein empörender widerspruch erscheinen obgleich beide ein moralisches urteil fällen daher rührt es dass die rührung an solchen handlungen nicht in der allgemeinheit mitgeteilt werden kann wie die einheit der menschlichen natur und die notwendigkeit des moralischen gesetzes erwarten lässt aber auch das wahrste und höchste erhabene ist wie man weiß vielen über spannung und unsinn weil das maß der vernunft die das erhabene erkennt nicht in allen dasselbe ist eine kleine seele sinkt unter der last so großer vorstellungen dahin oder fühlt sich peinlich über ihren moralischen durchmesser auseinander gespannt sieht nicht oft genug der gemeine haufe da die hässlichste verwirrung wo der denkende geist gerade die höchste ordnung bewundert soviel über das gefühl der moralischen zweckmäßigkeit insofern es der tragischen rührung und unserer lust an dem leiden zum grunde liegt aber es sind dem ungeachtet fälle genug vorhanden wo uns die naturzweckmäßigkeit selbst auf unkosten der moralischen zu ergötzen scheint die höchste konsequenz eines bösewichts in anordnung seiner maschinen ergötzt uns offenbar obgleich anstalten und zweck unserem moralischen gefühl widerstreiten ein solcher mensch ist fähig unsere lebhafteste teilnahme zu erwecken und wir zittern vor dem fehlschlag derselben plane deren vereitlung wir wenn es wirklich an dem wäre dass wir alles auf die moralische zweckmäßigkeit beziehen aufs feurigste wünschen sollten aber auch diese erscheinung hebt dasjenige nicht auf was bisher über das gefühl der moralischen zweckmäßigkeit und seinen einfluss auf unser vergnügen an tragischen rührungen behauptet wurde zweckmäßigkeit gewährt uns unter allen umständen vergnügen sie beziehe sich entweder gar nicht auf das sittliche oder sie widerstreite demselben wir genießen dieses vergnügen rein solange wir uns keines sittlichen zwecks erinnern dem dadurch widersprochen wird ebenso wie wir uns an dem verstandähnlichen instinkt der tiere an dem kunstfleiß der bienen und dergleichen ergötzen ohne diese naturzweckmäßigkeit auf einen verständigen willen noch weniger auf einen moralischen zweck zu beziehen so gewährt uns die zweckmäßigkeit eines jeden menschlichen geschäfts an sich selbst vergnügen sobald wir uns weiter nichts dabei denken als das verhältnis der mittel zu ihrem zweck fällt es uns aber ein diesen zweck nebst seinen mitteln auf ein sittliches prinzip zu beziehen und entdecken wir als dann einen widerspruch mit dem letzten kurz erinnern wir uns dass es die handlung eines moralischen wesens ist so tritt eine tiefe indignation an die stelle jenes ersten vergnügens und keine noch so große verstandeszweckmäßigkeit ist fähig uns mit der vorstellung einer sittlichen zweckwidrigkeit zu versöhnen nie darf es uns lebhaft werden dass dieser richard der dritte dieser jago dieser loveless menschen sind sonst wird sich unsere teilnahme unausbleiblich in ihr gegenteil verwandeln dass wir aber ein vermögen besitzen und auch häufig genug ausüben unsere aufmerksamkeit von einer gewissen seite der dinge freiwillig abzulenken und auf eine andere zu richten dass das vergnügen selbst welches durch diese absonderung allein für uns möglich ist uns dazu einladet und dabei festhält wird durch die tägliche erfahrung bestätigt nicht selten aber gewinnt eine geistreiche bosheit vorzüglich deswegen unsere gunst weil sie ein mittel ist uns den genuss der moralischen zweckmäßigkeit zu verschaffen je gefährlicher die schlingen sind welche loveless klarissens tugend legt je härter die proben sind auf welche die erfinderische grausamkeit eines despoten die standhaftigkeit eines unschuldigen opfers stellt in desto höherem glanz sehen wir die moralische zweckmäßigkeit triumphieren wir freuen uns über die macht des moralischen pflichtgefühls welches die empfindungskraft eines verführers so sehr in arbeit setzen kann hingegen rechnen wir dem konsequenten bösewicht die besiegung des moralischen gefühls von dem wir wissen dass es sich notwendig in ihm regen musste zu einer art von verdienst an weil es von einer gewissen stärke der seele und einer großen zweckmäßigkeit des verstandes zeugt sich durch keine moralische regung in seinem handeln irre machen zu lassen übrigens ist es unwidersprechlich dass eine zweckmäßige bosheit nur als dann der gegenstand eines vollkommenen wohlgefallens werden kann wenn sie vor der moralischen zweckmäßigkeit zu schanden wird dann ist sie sogar eine wesentliche bedingung des höchsten wohlgefallens weil sie allein vermag die übermacht des moralischen gefühls recht einleuchtend zu machen es gibt davon keinen überzeugenden beweis als den letzten eindruck mit dem uns der verfasser der clarissa entlässt die höchste verstandeszweckmäßigkeit die wir in dem verführungsplane des loveless unfreiwillig bewundern mussten wird durch die vernunft zweckmäßigkeit welche clarissa diesem furchtbaren feind ihrer unschuld entgegensetzt glorreich übertroffen und wir sehen uns dadurch in den stand gesetzt den genuss beider in einem hohen grad zu vereinigen insofern er sich der tragische dichter zum ziel setzt das gefühl der moralischen zweckmäßigkeit zu einem lebendigen bewusstsein zu bringen insofern er also die mittel zu diesem zwecke verständig wählt und anwendet muss er den kenner jederzeit auf eine gedoppelte art durch die moralische und durch die naturzweckmäßigkeit ergötzen durch jene wird er das herz durch diese den verstand befriedigen der große haufe erleidet gleichsam blind die von dem künstler auf das herz beabsichtete wirkung ohne die magie zu durchblicken vermittelt welcher die kunst diese macht über ihn ausübte aber es gibt eine gewisse klasse von kennern bei denen der künstler gerade umgekehrt die auf das herz abgezielte wirkung verliert deren geschmack er aber durch die zweckmäßigkeit der dazu angewandten mittel für sich gewinnen kann in diesen sonderbaren widerspruch artet öfters die feinste kultur des geschmacks aus besonders wo die moralische veredlung hinter der bildung des kopfes zurückbleibt diese artkenner suchen im rührenden und erhabenen nur das verständige dieses empfinden und prüfen sie mit dem richtigsten geschmack aber man hüte sich an ihr herz zu appellieren alter und kultur führen uns dieser klippe entgegen und diesen nachteiligen einfluss von beiden besiegen ist der höchste charakter ruhm des gebildeten mannes unter europens nationen sind unsere nachbarn die franzosen diesem extrem am nächsten geführt worden und wir ringen wie in allem so auch hier diesem muster nach Ende von über den grund des vergnügens an tragischen gegenständen beantwortung der frage was ist aufklärung von immanuel kant dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org beantwortung der frage was ist aufklärung von immanuel kant aufklärung ist der ausgang des menschen aus seiner selbstverschuldeten unmündigkeit unmündigkeit ist das unvermögen sich seines verstandes ohne leitung eines anderen zu bedienen selbst verschuldet ist diese unmündigkeit wenn die ursache derselben nicht am mangel des verstandes sondern der entschließung und des mutes liegt sich seiner ohne leitung eines anderen zu bedienen faulheit und feigheit sind die ursachen warum ein so großer teil der menschen nachdem sie die natur längst von fremder leitung freigesprochen naturaliter majorennes dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben und warum es anderen so leicht wird sich zu deren vormündern aufzuwerfen es ist so bequem unmündig zu sein habe ich ein buch das für mich verstand hat einen seelsorger der für mich gewissen hat einen arzt der für mich die diät beurteilt und so weiter so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen ich habe nicht nötig zu denken wenn ich nur bezahlen kann andere werden das verdrießliche geschäft schon für mich übernehmen dass der bei weitem größte teil der menschen darunter das ganze schöne geschlecht den schritt zur mündigkeit außerdem daß er beschwerlich ist auch für sehr gefährlich halte dafür sorgen schon jene vormünder die die oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben nachdem sie ihr hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten daß diese ruhigen geschöpfe ja keinen schritt außer dem gängelwagen darin sie sie einsperrten wagen durften so zeigen sie ihnen nachher die gefahr die ihnen droht wenn sie es versuchen allein zu gehen nun ist diese gefahr zwar eben so groß nicht denn sie würden durch einige mal fallen wohl endlich gehen lernen allein ein beispiel von der art macht doch schüchtern und schreckt gemeinhin von allen ferneren versuchen ab es ist also für jeden einzelnen menschen schwer sich aus der ihm beinahe zur natur gewordenen unmündigkeit herauszuarbeiten er hat sie sogar lieb gewonnen und ist vor der hand wirklich unfähig sich seines eigenen verstandes zu bedienen weil man ihnen niemals den versuch davon machen ließ satzungen und formeln diese mechanischen werkzeuge eines vernünftigen gebrauchs oder vielmehr missbrauchs seiner naturgaben sind die fußschellen einer immerwährenden unmündigkeit wer sie auch abwürfe würde dennoch auch über den schmalsten graben einen nur unsicheren sprung tun weil er zu der gleichen freier bewegung nicht gewöhnt ist daher gibt es nur wenige denen es gelungen ist durch eigene bearbeitung ihres geistes sich aus der unmündigkeit herauszuwickeln und dennoch einen sicheren gang zu tun daß aber ein publikum sich selbst aufkläre ist eher möglich ja es ist wenn man ihm nur freiheit lässt beinahe unausbleiblich denn da werden sich immer einige selbstdenkende sogar unter den eingesetzten vormündern des großen haufens finden welche nachdem sie das joch der unmündigkeit selbst abgeworfen haben den geist einer vernünftigen schätzung des eigenen werts und des berufs jedes menschen selbst zu denken um sich verbreiten werden besonders ist hierbei daß das publikum welches zuvor von ihnen unter dieses joch gebracht worden sie danach selbst zwingt darunter zu bleiben wenn es von einigen seiner vormünder die selbst aller aufklärung unfähig sind dazu aufgewiegelt worden so schädlich ist es vorurteile zu pflanzen weil sie sich zuletzt an denen selbst rächen die oder deren vorgänger ihre urheber gewesen sind daher kann ein publikum nur langsam zur aufklärung gelangen durch eine revolution wird vielleicht wohl ein abfall von persönlichem despotismus und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger bedrückung aber niemals wahre reform der denkungsart zustande kommen sondern neue vorurteile werden ebenso wohl als die alten zum leitbande des gedankenlosen großen haufens dienen zu dieser aufklärung aber wird nichts erfordert als freiheit und zwar die unschädlichste unter allem was nur freiheit heißen mag nämlich die von seiner vernunft in allen stücken öffentlichen gebrauch zu machen nun höre ich aber von allen seiten rufen resoniert nicht der offizier sagt resoniert nicht sondern exerziert der finanzrat resoniert nicht sondern bezahlt der geistliche resoniert nicht sondern glaubt nur ein einziger herr in der welt sagt resoniert so viel ihr wollt und worüber ihr wollt aber gehorcht hier ist überall einschränkung der freiheit welche einschränkung aber ist der aufklärung hinderlich welche nicht sondern ihr wohl gar beförderlich ich antworte der öffentliche gebrauch seiner vernunft muss jederzeit frei sein und der allein kann aufklärung unter menschen zustande bringen der privat gebrauch derselben aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein ohne doch darum den fortschritt der aufklärung sonderlich zu hindern ich verstehe aber unter dem öffentlichen gebrauch seiner eigenen vernunft denjenigen den jemand als gelehrter von ihr vor dem ganzen publikum der leserwelt macht den privat gebrauch nenne ich denjenigen den er in einem gewissen ihm anvertrauten bürgerlichen posten oder amte von seiner vernunft machen darf nun ist zu manchen geschäften die in das interesse des gemeinen wesens laufen ein gewisser mechanism notwendig vermittels dessen einige glieder des gemeinen wesens sich bloß passiv verhalten müssen um durch eine künstliche einhelligkeit von der regierung zu öffentlichen zwecken gerichtet oder wenigstens von der zerstörung dieser zwecke abgehalten zu werden hier ist es nun freilich nicht erlaubt zu resonieren sondern man muss gehorchen sofern sich aber dieser teil der maschine zugleich als glied eines ganzen gemeinen wesens ja sogar der weltbürgergesellschaft ansieht mithin in der qualität eines gelehrten der sich an ein publikum im eigentlichen verstande durch schriften wendet kann er allerdings resonieren ohne daß dadurch die geschäfte leiden zu denen er zum teile als passives glied angesetzt ist so würde es sehr verderblich sein wenn ein offizier dem von seinen oberen etwas anbefohlen wird im dienste über die zweckmäßigkeit oder nützlichkeit dieses befehls laut vernünfteln wollte er muss gehorchen es kann ihm aber billigermaßen nicht verwehrt werden als gelehrter über die fehler im kriegesdienste anmerkungen zu machen und diese seinem publikum zur beurteilung vorzulegen der bürger kann sich nicht weigern die ihm auferlegten abgaben zu leisten sogar kann ein vorwitziger tadel solcher auflagen wenn sie von ihm geleistet werden sollen als ein skandal das allgemeine widersetzlichkeiten veranlassen könnte bestraft werden eben derselbe handelt dem ungeachtet der pflicht eines bürgers nicht entgegen wenn er als gelehrter wieder die unschicklichkeit oder auch ungerechtigkeit solche ausschreibungen öffentlich seine gedanken äußert ebenso ist ein geistlicher verbunden seinen Katechismus-Schülern und seiner Gemeinde nach dem Symbol der Kirche, der er dient seinen Vortrag zu tun denn er ist auf diese Bedingung angenommen worden aber als gelehrter hat er volle Freiheit ja sogar den Beruf dazu alle seine sorgfältig geprüften und wohlmeinenden Gedanken über das fehlerhafte in jenem Symbol und Vorschläge wegen besserer Einrichtung des Religions- und Kirchenwesens dem Publikum mitzuteilen es ist hierbei auch nichts was dem Gewissen zur Last gelegt werden könnte denn was er in Folge seines Amts als Geschäftsträger der Kirche lehrt das stellt er als etwas vor in Ansehung dessen er nicht freie Gewalt hat nach eigenem Gutdünken zu lehren sondern dass er nach Vorschrift und im Namen eines anderen vorzutragen angestellt ist er wird sagen unsere Kirche lehrt dieses oder jenes das sind die Beweisgründe deren sie sich bedient er zieht als dann allen praktischen Nutzen für seine Gemeinde aus Satzungen die er selbst nicht mit voller Überzeugung unterschreiben würde zu deren Vortrag er sich gleichwohl anheischig machen kann weil es doch nicht ganz unmöglich ist dass darin Wahrheit verborgen läge auf alle Fälle aber wenigstens doch nichts der inneren Religion widersprechendes darin angetroffen wird denn glaubte er das Letztere darin zu finden so würde er sein Amt mit Gewissen nicht verwalten können er müßte es niederlegen der Gebrauch also den ein angestellter Lehrer von seiner Vernunft vor seiner Gemeinde macht ist bloß ein Privatgebrauch weil diese immer nur eine häusliche obwohl noch so große Versammlung ist und in Ansehung dessen ist er als Priester nicht frei und darf es auch nicht sein weil er einen fremden Auftrag ausrichtet dagegen als Gelehrter der durch Schriften zum eigentlichen Publikum nämlich der Welt spricht mithin der Geistliche im öffentlichen Gebrauche seiner Vernunft genießt eine uneingeschränkte Freiheit sich seiner eigenen Vernunft zu bedienen und in seiner eigenen Person zu sprechen denn daß die Vormünder des Volkes in geistlichen Dingen selbst wieder unmündig sein sollen ist eine Ungereimtheit die auf Verewigung der Ungereimtheiten hinausläuft aber sollte nicht eine Gesellschaft von Geistlichen etwa eine Kirchenversammlung oder eine ehrwürdige Klassis wie sie sich unter den Holländern selbst nennt berechtigt sein sich eidlich untereinander auf ein gewisses unveränderliches Symbol zu verpflichten um so eine unaufhörliche Obervormundschaft über jedes ihrer Glieder und vermittels ihrer über das Volk zu führen und diese sogar zu verewigen ich sage das ist ganz unmöglich ein solcher Kontrakt der auf immer alle weitere Aufklärung vom Menschengeschlechte abzuhalten geschlossen würde ist schlechterdings null und nichtig und sollte er auch durch die oberste Gewalt durch Reichstage und die feierlichsten Friedensschlüsse bestätigt sein ein Zeitalter kann sich nicht verbünden und darauf verschwören das folgende in einen Zustand zu setzen darin es ihm unmöglich werden muss seine vornehmlich so sehr angelegentliche Erkenntnisse zu erweitern von Irrtümern zu reinigen und überhaupt in der Aufklärung weiter zu schreiten das wäre ein Verbrechen wieder die menschliche Natur deren ursprüngliche Bestimmung gerade in diesem Fortschreiten besteht und die Nachkommen sind also vollkommen dazu berechtigt jene Beschlüsse als unbefugter und frevelhafter Weise genommen zu verwerfen der Probierstein alles dessen was über ein Volk als Gesetz beschlossen werden kann liegt in der Frage ob ein Volk sich selbst wohl ein solches Gesetz auferlegen könnte nun wäre dieses wohl gleichsam in der Erwartung eines Besseren auf eine bestimmte kurze Zeit möglich um eine gewisse Ordnung einzuführen indem man es zugleich jedem der Bürger vornehmlich dem Geistlichen frei ließe in der Qualität eines Gelehrten öffentlich das ist durch Schriften über das Fehlerhafte der dermaligen Einrichtung seine Anmerkungen zu machen indessen die eingeführte Ordnung noch immer fortdauerte bis die Einsicht in die Beschaffenheit dieser Sachen öffentlich so weit gekommen und bewährt worden dass sie durch Vereinigung ihrer Stimmen wenn gleich nicht aller einen Vorschlag vor den Thron bringen könnte um diejenigen Gemeinden in Schutz zu nehmen die sich etwa nach ihren Begriffen der besseren Einsicht zu einer veränderten Religionseinrichtung geeinigt hätten ohne doch diejenigen zu hindern die es beim Alten wollten bewenden lassen aber auf eine beharrliche von niemanden öffentlich zu bezweifelnde Religionsverfassung auch nur binnen der Lebensdauer eines Menschen sich zu einigen und dadurch einen Zeitraum in dem Fortgange der Menschheit zur Verbesserung gleichsam zu vernichten und fruchtlos dadurch aber wohl gar der Nachkommenschaft nachteilig zu machen ist schlechterdings unerlaubt ein Mensch kann zwar für seine Person und auch als dann nur auf einige Zeit in dem was ihm zu wissen obliegt die Aufklärung aufschieben aber auf sie Verzicht zu tun es sei für seine Person mehr aber noch für die Nachkommenschaft heißt die heiligen Rechte der Menschheit verletzen und mit Füßen treten was aber nicht einmal ein Volk über sich selbst beschließen darf das darf noch weniger ein Monarch über das Volk beschließen denn sein gesetzgebendes Ansehen beruht eben darauf dass er den gesamten Volkswillen in dem seinigen vereinigt wenn er nur darauf sieht dass alle wahre oder vermeintliche Verbesserung mit der bürgerlichen Ordnung zusammen bestehe so kann er seine Untertanen übrigens nur selbst machen lassen was sie um ihres Seelenheilswillen zu tun nötig finden das geht ihnen nichts an wohl aber zu verhüten dass nicht einer den anderen gewalttätig hindere an der Bestimmung und Beförderung desselben nach allem seinem Vermögen zu arbeiten es tut selbst seiner Majestät Abbruch wenn er sich hier einmischt indem er die Schriften wodurch seine Untertanen ihre Einsichten ins Reine zu bringen suchen seiner Regierungsaufsicht würdigt sowohl wenn er dieses aus eigener höchster Einsicht tut wo er sich dem Vorwurfe aussetzt Caesar non est supra grammaticus als auch und noch weit mehr wenn er seine oberste Gewalt so weit erniedrigt den geistlichen Despotismus einiger Tyrannen in seinem Staate gegen seine übrigen Untertanen zu unterstützen wenn denn nun gefragt wird leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter so ist die Antwort nein aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung daß die Menschen wie die Sachen jetzt stehen im Ganzen genommen schon im Stande wären oder darin auch nur gesetzt werden könnten in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines Anderen sicher und gut zu bedienen daran fehlt noch sehr viel allein daß jetzt ihnen doch das Feld geöffnet wird sich dahin frei zu bearbeiten und die Hindernisse der allgemeinen Aufklärung oder des Ausgangs aus ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit allmählich weniger werden davon haben wir doch deutliche Anzeigen in diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Aufklärung oder das Jahrhundert Friedrichs ein Fürst der es seiner nicht unwürdig findet zu sagen daß er es für Pflicht halte in Religionsdingen den Menschen nichts vorzuschreiben sondern ihnen darin volle Freiheit zu lassen der also selbst den hochmütigen Namen der Toleranz von sich ablehnt ist selbst aufgeklärt und verdient von der dankbaren Welt und Nachwelt als derjenige gepriesen zu werden der zuerst das menschliche Geschlecht der Unmündigkeit wenigstens von Seiten der Regierung entschlug und jedem frei ließ sich in allem was Gewissens Angelegenheit ist seiner eigenen Vernunft zu bedienen unter ihm dürfen verehrungswürdige Geistliche unbeschadet ihrer Amtspflicht ihre vom angenommenen Symbol hier und da abweichenden Urteile und Einsichten in der Qualität der Gelehrten frei und öffentlich der Welt zur Prüfung darlegen noch mehr aber jeder andere der durch keine Amtspflicht eingeschränkt ist dieser Geist der Freiheit breitet sich außerhalb aus selbst da wo er mit äußeren Hindernissen einer sich selbst missverstehenden Regierung zu ringen hat denn es leuchtet dieser doch ein Beispiel vor dass bei Freiheit für die öffentliche Ruhe und Einigkeit des gemeinen Wesens nicht das Mindeste zu besorgen sei die Menschen arbeiten sich von selbst nach und nach aus der Ruhe heit heraus wenn man nur nicht absichtlich künstelt um sie darin zu erhalten ich habe den Hauptpunkt der Aufklärung das ist des Ausgangs der Menschen aus ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit vorzüglich in Religionssachen gesetzt weil in Ansehung der Künste und Wissenschaften unsere Beherrscher kein Interesse haben den Vormund über ihre Untertanen zu spielen über dem auch jene Unmündigkeit sowie die schädlichste also auch die entehrendste unter allen ist aber die Denkungsart eines Staatsoberhaupts der die erstere begünstigt geht noch weiter und sieht ein dass selbst in Ansehung seiner Gesetzgebung es ohne Gefahr sei seinen Untertanen zu erlauben von ihrer eigenen Vernunft öffentlichen Gebrauch zu machen und ihre Gedanken über eine bessere Abfassung derselben sogar mit einer freimütigen Kritik der schon gegebenen der Welt öffentlich vorzulegen davon wir ein glänzendes Beispiel haben wodurch noch kein Monarch demjenigen vorging welchen wir verehren aber aber auch nur derjenige der selbst aufgeklärt sich nicht vor Schatten fürchtet zugleich aber ein wohldiszipliniertes zahlreiches Heer zum bürgen der öffentlichen Ruhe zur Hand hat kann das sagen was ein Freistaat nicht wagen darf resoniert so viel ihr wollt und worüber ihr wollt nur gehorcht So zeigt sich hier ein befremdlicher, nicht erwarteter Gang menschlicher Dinge, so wie auch sonst, wenn man ihn im Großen betrachtet, darin fast alles Paradox ist. Ein größerer Grad bürgerlicher Freiheit scheint der Freiheit des Geistes des Volkes vorteilhaft und setzt jedoch unübersteigliche Schranken. Ein Grad weniger von jener verschafft hingegen diesem Raum, sich nach allem seinem Vermögen auszubreiten. Wenn denn die Natur unter dieser harten Hülle den Keim, für den sie am zärtlichsten sorgt, nämlich den Hang und Beruf zum freien Denken, ausgewickelt hat, so wirkt dieser allmählich zurück auf die Sinnesart des Volkes, wodurch dieses der Freiheit zu handeln nach und nach fähiger wird, und endlich auch sogar auf die Grundsätze der Regierung, die es ihr selbst zuträglich findet, den Menschen, der nun mehr als Maschine ist, seiner Würde gemäß zu behandeln. Königsberg in Preußen, den 30. September 1784 Ende von Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Gelesen von Christian Die Königin unter den Bregen Von Gustav Meyrink Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Königin unter den Bregen Von Gustav Meyrink Der Herr da drüben ist Dr. Jorre. Er besitzt ein technisches Büro und verkehrt mit keinem Menschen. Regelmäßig um ein Uhr ist er im Restaurant des Staatsbahnhofs zu Mittag, und wenn er eintritt, bringt ihm der Kellner die Politik. Dr. Jorre setzt sich immer darauf, Nicht etwa aus Verachtung, Sondern um sie jeden Augenblick bei der Hand zu haben, Denn er liest bruchstückweise während des Essens. Er ist überhaupt ein eigentümlicher Mensch, Ein Automat, der niemals in Eile ist, Niemand grüßt und nur das tut, was er will. Gemütsbewegungen hat noch keiner an ihm wahrgenommen. Ich möchte mir eine Portemonnaefabrik, egal wo, nur in Österreich muss es sein, einrichten, Sagte eines Tages ein Herr zu ihm, So und so viel will ich daran wenden. Können Sie mir das besorgen? Samt Maschinen, Arbeitern, Bezugs- und Absatzquellen und so weiter und so weiter? Kurz, ganz komplett? Vier Wochen später schreibt Dr. Jorre dem Herrn, Dass die Fabrikgelände fix und fertig seien, An der ungarischen Grenze. Der Betrieb sei der Behörde angemeldet. 25 Arbeiter und zwei Werkmeister, Vom ersten des Monats an angestellt, Ebenso das kaufmännische Personal. Leder aus Budapest, Alligatoren heute aus Ohio unterwegs, Bestellungen von Wiener Abnehmern zu günstigen Preisen in den Geschäftsbüchern bereits eingetragen, Bankverbindungen in den Hauptstädten angeknüpft. Nach Abzug seines Honorares seien fünf Gulden, 63 Kronen von dem übergebenen Gelde übrig, die sich in Briefmarken in der linken Schublade des Schreibtisches im Chefzimmer befänden. Solche Geschäfte machte Dr. Jorre. Zehn Jahre hatte er auf diese Art schon gearbeitet und wahrscheinlich viel Geld verdient. Jetzt stand er wieder mit einem englischen Syndikat in Unterhandlungen und morgen früh um acht Uhr sollten sie zum Abschlusse kommen. Eine halbe Million würde Dr. Jorre dabei verdienen, meinten seine Konkurrenten. Es könne gar nicht mehr gelingen, ihn noch aus dem Felde zu schlagen, glaubten sie. Die Engländer glaubten es auch nicht. Dr. Jorre erst recht. »Kommen Sie morgen pünktlich ins Hotel«, sagte der eine Engländer. Dr. Jorre gab keine Antwort und ging nach Hause. Der Kellner, der die Bemerkung gehört, lachte bloß. »In Jorres Schlafzimmer steht nur ein Bett, ein Stuhl und ein Waschtisch. Totenstille im ganzen Haus. Lang ausgestreckt liegt der Mann und schläft. Morgen soll er am Ziele seines Strebens sein, mehr besitzen, als er verbrauchen kann. Was wird er dann wohl beginnen? Welche Wünsche bewegen dieses Herz, das so freudlos schlägt? Das hat er wohl keinem Menschen je gesagt. Er steht ganz allein in der Welt. Ob die Natur zu ihm spricht? Ob Musik? Ob Kunst? Niemand weiß es. Es ist, als ob der Mann tot wäre. Kein Atemzug ist hörbar. Das kahle Zimmer schläft mit ihm. Kein Knistern. Nichts. Solche alten Räume sind nicht mehr neugierig. So verfließt die Nacht. Langsam. Stunde um Stunde. War das nicht ein Schluchzen? Wie aus dem Schlaf? Pah! Dr. Jorre schluchzt nicht. Auch nicht im Schlaf. Und jetzt ein Rascheln. Es ist etwas herabgefallen. Ein leichter Gegenstand. Eine dürre Rose, die an der Wand neben dem Bette hing, liegt auf dem Boden. Der Faden, der sie gehalten, ist zerrissen. Er war schon alt und morsch geworden. Ein Lichtschein fällt auf die Zimmerdecke. Eine Wagenlaterne von der Gasse war es wohl. Früh stand Dr. Jorre auf, wusch sich und ging ins Nebenzimmer. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch und starrte vor sich hin. Wie alt und verfallen er heute aussieht. Draußen fahren Lastwagen. Man hört sie über das Pflaster holpern. Ein nüchterner, öder Morgen. Halb dunkel noch, als ob es nie mehr freudiger Tag werden wolle. Dass die Menschen den Mut haben, weiterzuleben. Was soll das alles? Dieses mürrische Arbeiten im trüben Nebel. Jorre spielt mit einem Bleistift. Die Dinge stehen in wohlgeordneten Abständen auf dem Schreibtische. Er klopft zerstreut mit dem Briefbeschwerer, der vor ihm liegt. Ein Basaltstück mit zwei gelbgrünen Olivienkristallen. Wie zwei Augen sehen ihn die Steine an. Warum quält ihn das so? Er schiebt den Block beiseite. Immer wieder muss er hinschauen. Was hat ihn nur angeblickt, so gelbgrün und noch vor ganz kurzer Zeit? Bregen, Bregen. Was für ein Wort ist das nur, Bregen? Er hält die Hand an die Stirn und sinnt. Ein Traumgesicht dämmert in seiner Seele. Heute Nacht hat er von dem Worte geträumt. Jawohl, gerade vor wenigen Stunden. Er war in den Herbst hineingeschritten, in eine fröstelnde Landschaft. Weidenbäume mit hängenden Zweigen, das Laub tot auf allen Sträuchern. Dicht bedecken die abgefallenen Blätter die Erde. Mit Wasserstaub bestanden, als ob sie die sonnigen Tage beweinten, wo sie noch in der Höhe, im Winde, gejauchzt und gezittert, die silbergrünen Weidenkinder. Es ist ein eigenes, trostloses Rauschen, wenn der Fluß durch die dürren Blätter streift. Ein brauner Pfad liegt zwischen wirren Sträuchern, die wie erstarrte Krallen in die nasse Luft greifen. Er sieht sich auf diesem Wege gehen. Vor ihm humpelt ein altes Weib in Lumpen, tief gebückt, mit einem Hexengesicht. Er hört ihren Krückstock auf die Erde stampfen. Jetzt bleibt sie stehen. Ein Sumpf liegt vor ihnen im Dunkel der Ulmen, und grüne Schwaden decken die tückische Fläche. Die Hexe steckt ihren Krückstock auf. Die Decke zerreißt. Jorre blickt in unergründliche Tiefe. Die Wasser werden klar, klar wie Kristall, und da unten erscheint eine seltsame Welt. Immer höher hinauf taucht es. Nackte Frauen wie Schlangen verschlungen bewegen sich dort. Leuchtende Leiber schwimmen in wirbelndem Reigen. Und eine mit grünen großen Augen, eine Krone im Haar, sieht herauf zu ihm und schwingt ein Zepter über die anderen. Sein Herz schreit auf vor Weh unter diesem Blick. Er fühlt, wie sein Blut diese Augen aufnimmt und wie ihr grüner Schein in ihm zu kreisen beginnt. Da lässt die Hexe den Krückstock sinken und sagt, Die einst deines Herzens Königin war, ist Königin jetzt hier unter den Bregen. Und wie die Worte verklingen, schießen die dichten Schwaden über dem Sumpf zusammen. Die einst deines Herzens Königin war. Dr. Jorre sitzt an seinem Schreibtisch. Den Kopf auf die Arme gelegt und weint. Es schlägt acht Uhr. Er hört es und weiß, dass er fortgehen soll. Aber er geht nicht. Was soll ihm auch das Geld? Der Wille hat ihn verlassen. Die einst deines Herzens Königin war, ist Königin jetzt hier unter den Bregen. Er denkt es immer fort. Das herbstlich-spukhafte Bild steht unbeweglich vor seiner Seele Und die grünen Augen kreisen in seinem Blute. Was das Wort nur bedeuten mag, er hat es nie im Leben vernommen und kennt seinen Sinn nicht. Es heißt etwas Grauenhaftes, namenlos Trauriges, etwas Elendes, fühlt er, Und das freudlose Klappern der Lastwagen von der Straße her Dringt wie beißendes Salz in sein krankes Herz. Ende von Die Königin unter den Bregen Gelesen von Hokuspokus Und das treble Fokus Und das letzte Teil